Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint! Eine Stunde dreißig und ich kann euch nicht sagen, wie lange meine Reaction sein wird. Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit, weil wir noch zur VOG-WM fahren. Hier ist es! Jetzt geht´s los! Ihr wisst ja, wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich Y-Food dabei. Passt das von der Lautstärke? Warum? Weil es super lecker ist, schnell geht, lange haltbar ist und mein Körper mit ausreichend Energie versorgt. Ich lieb doch den Mann! Überzeugt euch selbst und probiert es einfach mal aus mit dem Y-Food Taster Pack. Da sind nämlich fünf leckere Sorten drin. Oder du gönnst dir direkt die Special-Sorte zur zweiten Staffel von 7 vs. White und zwar Passionate Tropical. Die habe ich gemeinsam mit Y-Food entwickelt. Super lecker, perfekte innere Werte. Also, was willst du mehr? Ist gut? Bei wem beginnen wir? Das ist Sascha. Oh, okay, krass. Gerade angekommen. Bruder, es beginnt halt wirklich jetzt. Wo haben die jetzt da, wo haben die jetzt da mein Zeug hingelegt? Da ist er! Gut, da sind alle meine Gegenstände jetzt mal drin. Aber, bevor wir jetzt da die Insel erkunden, musste ich jetzt was loswerden. Und zwar eine ganz spontane Idee. Vielleicht... Sag mal, war da hinten noch was? Ist die erste Warenlieferung da von Edeka? Die Früchte, oder was? Kommen die morgen gleich ins Regal, oder was? Haha, ja, Sascha! Ey, weißt du, was mich ein bisschen wundert gerade? Ey, der ist grad aus dem Wasser und ist schon so drauf, Alter. Das war bei mir nicht gleich so, dass man so fit ist. Okay, aber ey, der Körperbau auch von Sascha, ganz klar. Der ist Österreicher, der ist oben, der ist in den Bergen drin und der macht den Skilehrer im Winter. Im Sommer macht er den Surflehrer auf Ibiza. Im Winter ist er der Skilehrer. Ist auch die dümmste Idee meines Lebens. Aber, wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Ich brauche die völlige Eskalation. Und deswegen, Freunde, habe ich mir da jetzt was ziemlich krasses überlegt. Und zwar, für die Idee braucht es jetzt erstmal ein Loch. So, das ist mal das Erste. Und zwar, in dieses Loch kommen jetzt meine Gegenstände rein. Also alle Gegenstände bis auf meine Machete. Ich will also versuchen, solange ich kann, mit nur einem Gegenstand zu überleben. Ja, also ich kann euch nicht versprechen, wie lange das dauert. Vielleicht bin ich schon in zwei Stunden, keine Ahnung, komplett K.O. oder weiß nicht mehr, wie es weitergeht und brauche die Gegenstände wieder, was auch immer. Aber, ich werde versuchen, für mich, Freunde, so lange wie möglich, mit nur einem Gegenstand auf dieser Insel hier zu überleben. Und ich glaube, für euch ist es auch interessant zu sehen, wie schlägt sich jetzt ein Fritz oder ein Otto mit nur einem Gegenstand, die absolute Experten sind. Und wie schlägt sich jemand mit nur einem Gegenstand auf einer Insel, auf einer verlassenen, einsamen Insel, der wenig bis gar keine Erfahrung hat. Also natürlich habe ich mich so gut wie möglich versucht vorzubereiten. Der spinnt, oder? Ja, aber sowas habe ich natürlich noch nie in meinem Leben gemocht. Okay, ganz kurz eure Meinung. Was haltet ihr von Sascha am ersten Tag? Und ich erzähle euch jetzt was. Am ersten Tag, komm, ich grab das doch ein. Erstens mal mache ich mir Sorgen. Das wird alles, das ist ein Flutgebiet da. Ich sehe das schon an den Steinen, an der Erde. Da wird das Wasser hinkommen. Aber, okay, ich erinnere mich, wie ihr wisst, an diesem Morgen haben wir eine 10.000 Euro Wette gemacht. Und ich habe gemerkt, dass Sascha, der hatte schon einen Plan. Sascha hat sich schon was überlegt. So, der hat ja so auch ein bisschen gezögert. So, es war eine Idee von mir. Komm, zack, zack. Und dann bist der Badkump. Ich bin dabei. Der Huber ist dabei. 10.000 Euro, wenn einer vor dem anderen abbricht. Okay, dann merke ich, wir sitzen im Auto, im Bus zum Hangar. Knossi, ich sage dir jetzt was. Ich mache komplett Eskalation. Sag ich, was willst du, Mann? Du wirst das Gast noch nie gesehen. Das kann sich keiner vorstellen, was ich da mache. Sag ich, Alter, Sascha. Sag ich, jetzt ist mir das auch egal mit den 10.000 Euro. Dann schaffe ich es eben nicht. Dann habe ich gedacht, Alter, wirklich? No joke? Er hat mir aber nicht verraten, was es ist. Jetzt verstehe ich es. Und er hat es mir aber auch danach erzählt, was er gemacht hat. Es wird sicher noch interessant, das kann ich euch sagen. Aber, ey, Sascha, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Als er mir davor sagt, ich habe was vor, das konnte ich mir nicht vorstellen. Da habe ich gedacht, Alter, Bruder, keine Ahnung, was der davor hat. Ich habe überhaupt nicht in so eine Richtung gedacht. Und Sascha, was sagt ihr? Sascha vergräbt alle Gegenstände, weil er sagt, Alter, Fabio aus erster Staffel, den haben sich die Leute wieder gewünscht. Hier bin ich. Ja, gut. Also, der kommt jetzt weg. Und ich habe da hier den Feuerstahl herangebunden, der natürlich jetzt auch wegkommt. Er zieht durch. Das heißt, vielleicht kein Feuer. Weg damit. Rein da. Meine Machete, die bleibt auf alle Fälle da. Also, meine Machete, das ist mein Gegenstand. Und mittlerweile, das kann ich euch sagen, Sascha hat mir, wir sind ja alle gemeinsam zurückgeflogen, also, aber Sascha hat mir seine Gegenstände mitgegeben. Ich habe seine Machete bei mir zu Hause. Der dritte Gegenstand, der wegkommt, Paracord. Zum Aufhängen, zum Beispiel der Hängematte, zum Fixieren von vielen verschiedenen Dingen, um ein Tarp zu bauen, also um ein Dach zu bauen, was auch immer. Zack, rein damit. So, und zu guter Letzt, was mir jetzt richtig schwerfällt, nehme ich die Hängematte. Ich könnte da einfach hier irgendwo zwischen den Bäumen auf ganz entspannt die Hängematte spannen und einfach perfekt schlafen. Da, das ist mein Strand. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwo perfekt bennen. Und rein damit. Und zumachen. Das ist so ein bisschen wie beim Marktschreif. Pack ich noch, Bananen sind drin, physische und Trauben. Alles für den Zehner. Rein damit. Wenn er da was rausholen will, wird es nicht mehr da sein. Die Flut und die Gezeiten sind sehr, sehr krass. Einfach zumachen. So sieht es da jetzt hier aus. Die Challenges sind da alle drin. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir die ganze Insel jetzt mal erkunden. Aber jetzt kommt die Kruge mal auf den Gürtel. Die Regenjacke aus und so weiter. Alles noch ein bisschen aufhängen. Bin ja gerade vom Meer raus. Auf geht's. Ganz ehrlich. Und ich versuche es auch als Fan zu betrachten. Und Sascha ist ein ganz toller Kandidat. Oder, Chad? Auch mit dem, was er davor hat. Kommen wir zum Nummer 1 Kandidaten. Zum Chef. Das ist der Chef. So, jetzt checken wir einmal kurz das Equipment durch. Das hier ist mein einer Gegenstand. Und das war's. Meine Machete, die schon einen guten Used-Look erreicht hat. Komplett im Schwitzwasser drin. Checken wir mal die Gegenstände durch. Das hier ist die Machete. Das war's. Schon schön angegammelt hier vorne. Aber das passt. Das ist okay. Ja, guck mal. Ach, easy. Zack. Ja, die schneidet die Sau. Also, alles gut. Ganz kurz zur Vorgeschichte. War ein bisschen komisch. Ihr erinnert euch dran. Und auf einmal war Fritz Machete verrostet. Weil irgendwie die Flut kam. Oder irgendwas. Also, wo es danach erzählt hat, die Flut kam, hat die Machete verrostet. Und stell dir mal vor, du hast nur einen Gegenstand dabei. Du kannst nicht mehr ändern. Der ist dort. Produktionsfehler. Das Ding ist verrostet. Aber das Erste, was er checkt, selbstverständlich. Ist auch geil, dass das als Erstes kommt. Weil, ey, wie viel Sorge musst du haben im Flugzeug? Ist meine Machete? Kann ich damit überhaupt noch was machen? Sonst hab ich gar nichts. Ich freu mich, Fritz. Machete ist heile. Dann haben wir das verblombte Erste-Hilfe-Set. Ja. Das 60-Sekunden-Kit, was direkt an den Körper kommt. Muss. Die Challenges. Die Eins legen wir auch schon mal parat. Die können wir öffnen und uns zumindest gleich schon mal angucken. Die Taucherbrille mit Kamerahaltung. Also, zum Filmen. Kamerakit. So sieht das aus. Powerbanks. Ladekabel. Kopflampe ist noch wichtig später. GoPro. So, jetzt seht ihr das mal. Ausnahme der Gegenstände sind alle Drybanks identisch gepackt. Komplett. Ich hatte genau dieses gleiche Ding. Das hier ist, ähm, hier sind die Buttons. Mit denen ich, ähm, äh, rot, gelb oder grün. Äh, grün zweimal am Tag dann im besten Falle. Rot, wenn ich sofort abgeholt werden muss. Äh, drücke. Ähm, hier sind die Powerbanks. Ähm, das sind diese Jahnke Powerbanks oder sowas. Also, ich hab selbst eine zu Hause. Nicht aus der, aus der Schaf. Ich hab davor schon eine. Diese riesen fetten. Ähm, und die sollen für alle drei Tage, für zwei GoPros. Plus, du musst auch ab und zu das Ding auch, äh, anschließen. Akku, Satellitentelefon und hier unser Notfall-GPS-Sender. Das packe ich mir auf jeden Fall schon mal hier an die Schlaufe ran. Weil hiermit kann mich quasi auch das Orga-Team, äh, orten. Super. Ja. Challenge Tag 1. Ich hab auch... So sieht das Ganze aus. Challenge Tag 1. Welcome to the Jungle. Willkommen auf Isla San Jose. Als exklusives Erlebnis hast du die Chance, die nächsten sieben Tage alleine hier zu genießen und festzustellen, ob ein Leben im Paradies wirklich so paradiesisch ist. Verpflegung gibt es rund um die Uhr. Bediene dich einfach. Übrigens, San Jose ist die einzige Insel weit und breit, auf der es das ganze Jahr über Süßwasser gibt. Du musst da, als ich das gelesen hab, ich war so erleichtert. Alter, ich hab... Ey, und ich hab mich so gefreut, weißt du, auf diesen Umschlag. Man kennt ihn ja nur aus Erzählungen. Da hab ich mich so gefreut. Da hab ich mich sehr willkommen gefühlt. Du musst vielleicht nur etwas suchen. Challenge. Mitbringsel für die Familie. Da du heute genug zu tun haben wirst, gibt es für diese Challenge keine Punkte. Über die nächsten sieben Tage kannst du selber einteilen, wie viel Zeit und Energie du aufwenden möchtest. Bastle, erschaffe ein Objekt für die Seven vs. Wild Community. Krass. Der Gegenstand wird nach Ausstrahlung der Serie verlost. Das Objekt muss in euer Handgepäck passen. Was sagt ihr zur allerersten Challenge? Also über die gesamte Zeit versuchen, irgendetwas zu bauen, ist keine echte Challenge. Ist komplett out of the ranking. Ich hätt's auch wirklich schlimm gefunden, wenn da drin gestanden hätte. Keine Ahnung, bau jetzt ein Baumhaus. Bruder, was? Überforderung, 1000%. Ihr wisst, was ich meine. So aufgebaut, dass sie keine Punkte gibt, weil wir heute natürlich extrem viel zu tun haben, Wasser für ein Lager bauen und jetzt nicht noch eine krasse Challenge. Beziehungsweise die Challenge ist für euch da draußen, für die Community. Ich werde und wahrscheinlich auch alle anderen Teilnehmer bis zum Ende ein kleines Mitbringsel für euch, die Familie basteln. Und mal gucken, was das wird. Das wird heute auf jeden Fall noch nicht von mir Angang erledigt, aber wir haben ja die nächsten Tage genug Zeit. Ich werde jetzt als nächstes erkunden gehen, in diese Bucht dort hinten rein. Bruder, Krakadil. Wir haben Heli aus, als wäre da so ein kleiner Fluss. Ich schwöre, wir alle warten drauf aus Zuschauers. Ich sag ehrlich, wo ist Krakadil? Zeig Krakadil, erste Staffel. Wo war die Bären? Was Bären? Wo? Keiner hat dran gehofft. Ich will Krakadil in der Staffel. Ich will sehen, wie Otto hinten drauf sitzt, mit dem galoppiert, die Geräusche nachmacht und mit ihm zum Freund wird. Ich werde aber vorher einmal hier entspannt ein bisschen lang gucken und vielleicht schon mal das ein oder andere Highlight looten oder mir merken, was es hier gab. Ich werde nicht alles mitnehmen können. Ich werde auch nicht den Packsack dafür irgendwie benutzen, aber wenn es so richtig geile Sachen gibt, werde ich schon mal ein bisschen was vielleicht mitnehmen. Ich bin tatsächlich auch überlegen, ob ich mir aus meiner Regenjacke, das werde ich machen, eine kleine Tasche baue. Also wird aus einer Regenjacke auch mal ganz schnell eine Tragetasche mit ordentlich. Ja gut, das ist natürlich das, was mir fehlt von der Intelligenz. Alter, dass ich aus der Regenjacke irgendwie sehe, dass ich mir irgendwie einen Schrank baue oder was. Finde ich geil, also da habe ich aber riesen Respekt gerade. Volumen. So, ich werde jetzt auch erstmal nur das looten, was ich heute zwingend brauche. Also hier zum Beispiel eine Wasserflasche. Probier mal. Zum Regenwasser auffangen, aber sehe ich schon, hat ein Loch drin. Hier unten allerdings nicht. Wenig Müll bei ihm. Also könnte ich die schon mal nehmen. Wenig Müll bei ihm, ne? Also es geht. Da hinten haben wir noch beißen können. Vor allem wiegt die auch nicht viel. Es passt. Hier. Ich nehme erstmal auf jeden Fall die guten PET-Flaschen mit, falls es anfangen sollte zu regnen, dass ich da schnell was bauen kann. Aha! Entschuldigung. Hier, super geiles Tau. Merke ich mir lieber mal. Nehme ich noch nicht mit. Boah, hier, guck mal an. Alles voll mit Schnecken. Zack. Kannst ins Feuer legen und essen. Alles voll. Fritz, ich muss dir mal kurz auf den Boden eine Tatsache zurückholen. Du hast kein Feuer. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, da muss man auch für gemacht sein, dass man in einem Restaurant auch sagt, komm, sechs Weinbergschnecken für einen Zwölfer, dann bring mal zwei Teller. Das ist schon mal gut hier. Schmur. Und nach dem Arbeiten, Machete direkt wieder wegpacken. Junge, ach du Scheiße. Was denn? Holy moly. Hier ist alles voll mit Müll. Aber richtig viel. Ach so, ja. Ich habe ja gefühlt nur die geilen Sachen mitnehmen hier. Wie die Flasche. Die ist ja richtig gut hier noch. Puh. Hab dich mal nicht so. Mensch, sei mal froh. Sei froh. Andere haben ja nichts. Kennst du die Leute, die dann sagen, undankbar. Mann. Puh. Das war ekelhaft. Ich habe einen Ball. Geil, halt so einen Ball. Ich habe mir ultra einen Ball gewünscht einfach. Der kommt mit. Ist das das Baby von Wilson oder was? Ist das Wilson, äh, 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 kleiner, äh, kleiner Junge? Der kommt mit, definitiv. Ich glaube, ich werde erst mal zu dieser einen Kokosnuss, äh, zu diesem Coconut Tree da vorne gehen, den ich aus dem Heli gesehen habe. Ey, ich weiß ja nicht, was, ähm, von mir kommt, aber Fritz bot auch nicht einfach, um da irgendwo zu schlafen, ne? Hier fließt Wasser. Hier fließt Wasser. Boah, hier kann halt überall irgendein Vieh sein, ne? Schlangenmäßig irgendwie in den Bäumen, muss man aufpassen. Irgendwo kommt hier hinten Wasser aus dem Fels schon mal raus. Das ist ein gutes Zeichen. Gucken wir weiter, hier kommt's Wasser, hier kommt's Wasser. Hier fließt das immer noch. Bup, 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 bup. Hier kommt irgendwo Wasser aus dem Boden. Perfekt, oder nicht, Chad? Ach, hier lang. Perfekt. Das war ganz ehrlich das Thema, wo, wo die meisten am meisten Angst hatten davor. Das war das Schlimmste, ey, wenn kein Wasser ist, eh vorbei. Es wär super geil, wenn ich an einem Fels jetzt irgendwo ne Stelle finde, wo es raustropft aus dem Fels. Fritz, Stelle, da wollt ich nicht sein. Da wollt ich nicht sein. Und dann einfach weiterziehen. Es tropft hier nicht raus. Ah, guter Trick. Irgendwie hier oben. Aber es tropft nirgends. Es sickert hier irgendwie so ganz leicht durch. Das ist mir aber zu wenig. So viele Eindrücke in so kurzer Zeit, das ist brutal. Das lässt sich nicht nachvollziehen, wenn du auf einer einsamen Insel ausgesetzt wirst mit nichts. Das kann keiner verstehen. Ruhe! Ich will, dass absolute Ruhe ist. Bitte, ey. Mann, ey, das ist die erste echte Seven in the Wilds. Ach, guck mal, erst mal nochmal mein Beach. Bitte ruhig, ich freu mich so. Guck mal mein Beach an, einfach. Ach, das ist einfach Leonardo Di Crapio, Alter. Ruhig, 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 ruhig. Ganz kurz, wer ist denn der Rentner da? Wer ist denn der kaputte? Was ist denn mit dir? Echt? Das ist so ein Schöpfel. Alter. Kann mich nie erinnern. Hab ich nie gedacht. Da liegt ein Flip-Flop. Ja! Oh, hier liegt jede Menge Müll. Kann mich nie erinnern. Kokosnuss. Kokonaut. Kokonaut. Ey, Leute. Ich kann mich daran nicht erinnern. Wie sehe ich aus? Ich bin wirklich ein Gestrandeter. Ich hätte das nicht gedacht, aber... Alter, ich bin wirklich der Typ, bei dem man meint, Flugzeugabsturz. Völlig am Ende, am Ende mit seinem Leben, mit seiner Kraft. Ich kenne mich gar nicht. Ich erkenne mich nicht wieder. Boah, Alter, ich bin wirklich in Schockstarre. Sag mal ganz ehrlich. Ey, wie bei einem Schiffsunglück. Der Typ, Junge, wer ist das da, der Heinz? Okay, Ruhe, weiter. Ich schwindelig. Nichts zu trinken. Ich packe es einfach nicht. Nicht aufzurachen. Ich habe echt Todesangst. Ich hätte es fast nicht geschafft. Ich hatte wirklich Überlebenskampf. Dieser Ozean. Das ist für einen Menschen nicht machbar. Alle Kleider waren so schwer im Wasser. Lass uns später reden. Ich habe, ey, wirklich. Ich glaube, meine Mutter hat auch gesagt, sie hat mich noch nie so gesehen. Also, das war wirklich hart. Hart. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, dass ich überhaupt so in eine Kamera rede, dass ich einfach die Kamera laufen lasse. Oh, Boys, Alter. Also, das ist jetzt schon die Erfahrung meines Lebens, ne? Und ich habe auch keinen Bock mehr auf Beachurlaub. Kann mir alle am Arsch lecken, wenn die Frau kommt mit. Wir fahren jetzt hier irgendwie, was weiß ich wo, nach Portugal. Da fahre ich alleine. Leck mich doch am Arsch. Ich brauche die Scheiße nicht. Ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Ich fahre schön in den Harz, in die Berge rein. Und meine Ruhe haben. Lass uns später reden. Ich kann nicht den Dicken markieren. Wenn ich nur eine Made bin hier. Dass es keine Menschen umgeben. Ich hole mich nochmal kurz auf. Ist gut. Ich bin gleich da. Es tut mir wirklich leid. Aber das hier ist ein anderes Level. Ist das für Fanta? Lemon? Ich brauche trinken. Daran erinnere ich mich. Also so vage. Ich weiß, dass ich eine Fanta Lemon gesehen habe. Was ist das denn? Wisst ihr, was ich noch weiß? In diesen Momenten, dass ich unglaublichen Durst hatte. Ich hatte unfassbaren Durst. Also so extrem. Ein Durstgefühl, wie ich es noch nie hatte. So komplett Durst. Das hier ist wirklich Jens-Heinz-Richard Knossaller. Ungefiltert. Wenn er um sein Überleben kämpft. Und er auf einer einsamen Insel ausgesetzt ist. Ich habe nicht den Sportdings. Und was weiß ich. Ich habe nicht mal das. Wie heißt das? Wie heißt denn das? Die Seegurke bestanden, Alter. Die du hier auf dein Ding. Ich habe das nicht bestanden. Ging nicht. Wisst ihr, wie das riecht? Wenn du was aus der Flasche da... Nee. Drecksau. Am besten breche ich mir jetzt hier noch gleich das Gericht. Da ist die Scheiße für mich gelaufen. Ey, das war... Ach so, da hinten ist der rote Beutel. Das war der Weg zu meinem roten Beutel, den die oben so in den Dschungel platziert haben. Ja, ich habe den Weg dahin. Der ist mir sehr schwer gefallen. Mir ist jeder Meter sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Jede Flasche, aus der man da gerochen hat, das würde, glaube ich, jeder automatisch machen. Wisst ihr, was ich meine? Das riecht so wie die pure Verwesung. Wer schon mal Verwesungsgeruch gerochen hat oder irgendetwas Schimmelndes, Faules, das ist gestört. Weil... Warum ist das so? Weil diese Flasche wahrscheinlich über Monate unterwegs ist auf dem Meer. Dieses Plastik sich freisetzt. Es wird von der Sonne bestrahlt. Es ist komplett widerlich. Es sieht aber von der Farbe, sah es echt gut aus wie eine Fanta, ne? Die gärt da drinne, wie ein Wein. Wie viel Müll ist bei mir? Wie viel Müll? Alter, bis jetzt bin ich hier noch nicht angekommen. Bis jetzt bin ich ein verdreckter, junger Mann. Wirklich das Gefühl, gestrandet zu sein. So erschöpft, dass ich es nicht mehr schaffen würde, mir was aufzuhängen. Der Rhythmus von dem Blatt ist unglaublich. Ich war einfach im Delirium. Ich war komplett weg, Alter. Ich glaube, es hat mich nicht mal mehr schockiert, dass ich, äh, was ich hier mache. Es hat mir scheißegal. Ich hab so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ein Gefühl von, es ist mir scheißegal, dann lieg ich halt hier im Dreck. Ich will einfach nur liegen. ist keine weiche Matratze, ist scheiß drauf. Ich will einfach hier liegen. Stundenlang hier liegen. Ich will einfach wieder zu Kräften kommen, was trinken und meine Ruhe. Ich hab nichts anderes gedacht. Aktueller Stand, so wie es jetzt aussieht, bleibe ich erst mal so. Ich bin zu kraftlos, was aus dem Beutel zu holen. Ich will einfach nur so liegen. Kurz. Dann bleibe ich die erste Nacht so in der Hund. Es ist zu krass gewesen. Ich weiß natürlich, alle Regeln jetzt. Keine Fahrt nicht. Ich bin so gelassen, glaub mir. Ich bin so ruhig. Ich bin komplett gelassen. Wenn ich jetzt nur eine Flasche Wasser hätte, neu geboren, nie geboren. Ich würde euch so gerne beschreiben, was das war. Aber dieses Meer hat mich wirklich fast umgebracht. Ey, weißt du, was dann auch das Schlimme ist? Du hast da so um dein Überleben gerankt, also wirklich über dein Überleben gerankt. Auch wenn man im Nachhinein weiß, die hätten einen gerettet, aber dann kommst du an der Insel an und bist alleine. Und da merkt man halt, ey, ich hätte halt gern auch mit jemandem gesprochen und spreche zu euch. Das gibt's nicht. Ein bisschen hab ich so in der Wolke drinne. Ich hab, ich war nicht klar. Ich war einfach nicht klar. Ich kann das, das gibt's gar nicht. Dass es solche Aufnahmen von mir gibt, das gibt es nicht. Sowas wird's nie wieder geben. Keine Ahnung, vielleicht kann man das mit einem Rauschzustand beschreiben, dass du so, alles so wolkig siehst, so, nicht richtig klar, so, und dann wie in einem Rauschzustand. So war's. Ed's Refford, I was cry when I see you talking. Das war unglaublich. Tja, kurze Pause, nur noch eine kurze. Ey, oh man, Alter, wirklich Mitleid mit mir selbst. Das hab ich noch nie gehabt. Aber wenn ich das jetzt seh, kommt das so ein bisschen zurück. Und ich weiß, wisst ihr, wie mich das gepusht hat? Ihr habt in der ersten Folge gesehen, wie Ed's Defford, wie mir das, was mir das bedeutet hat. Die hätten ruhig mit der Kamera, weil er draufhalten soll. Ich hatte Tränen in den Augen. Mich hat das so gepusht, was der Typ sagt, weil das der Typ ist, der mich, ohne dass das weiß, vorbereitet hat, mit seinen Videos. Oh man, was denkt die Frau jetzt, wenn sie das sieht? Das hier ist der echte Jens-Heinz-Richard-Knusaller, der echte Knossi, wenn er da liegt und diese Situation gibt es wenig im Leben, dann geht es ihm so. Es gab einmal eine Fernsehshow, erinnert ihr euch? Die Castingshow bei ProSieben 2011, die ich gewonnen habe, diese Pokercastingshow. Da hat mich Detlef Dizouz in einem Bootcamp extrem rangenommen. Das gibt es auch bei YouTube, könnt ihr euch gerne angucken. Da liege ich auch am Ende am Boden, aber es wird nur so 30 Sekunden gezeigt und da habe ich auch diese wabbeligen Erinnerungen, aber so mit 36 sieht das halt nochmal ganz anders schlimm aus. Das ist vielleicht genau der richtige Einstieg für so einen Typen wie den. Ich rede schon in der dritten Person, weil das, wer ist das denn? Nova, sieht ähnlich aus wie mein Beach, ne? Oh Nova, ich bin gespannt, mein Engel. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ach du Scheiße, ey. Ich glaube, mein Spawn ist richtig geil. Ich hoffe, ich habe mich überhaupt auf die Beschreibung. Boah, ist die gut drauf. Ähm. Was? Ich habe nicht Wasser. Also eigentlich. Was? Nova. Ein Traum. Was ist mit dir? Ein Traum ist das. Ich werde jetzt erst für mich um ein Trinkwasser kümmern. Ich bin das weich, Alter, der Staffel, ey. Ja, und dann schauen wir mal. Ey, pass auf, ganz kurze B-Sides-Story, Alter. Im Helikopter. Ich Nova. Trinkflasche hast du ja, ne? Ja? Wie geht die denn? Das hast du nicht vorher einmal probiert. Ich schrei rüber zu ihr im Helikopter. B-Sides-Story. Ich schrei rüber im Helikopter. Ganz wichtig, Nova. Den Deckel aufmachen beim Unterdrücken. Ja, Gott sei Dank. Ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht hingekriegt. Den Deckel aufschrauben im Helikopter. Bevor ich gesprungen bin, habe ich ihr das noch zugerufen. Nova, kein Problem. Kein Problem. Weil das ist, machst du den Deckel nicht auf, geht. Du musst erst mal da drauf kommen. Hat sie wahrgenommen. Nova. Das ist wie Leitungswasser. Hat sie nie probiert. Die hat es vorher nie gemacht. Die hat es einfach vorher nie gemacht. Ich kann damit auch so verschwenderifft sein. Weil ich so viel davon habe. Also das, da kann man, so kann man sich sehen. Leute. Hammer. Bruder, aber solche schönen hatte ich nicht, Alter. Ey, geil. Was sagt ihr? Ich habe geile Schlappen. Schaut euch das an. Oh, der Müll. Aber bei mir ist sehr krass viel Müll. Alter. Fand ich bei mir noch mehr. Ich bin Kokosnuss-Proof. Einfach ein Helm. Ey, ich habe so geilen Loot hier. Es ist unglaublich. Können wir mal ganz kurz den Real-Energy-Check machen? Dass ich hier in meiner Beschüsse in den Unterwäschen am Strand stehe. Breit und breit. Ich sehe keine Sau. Sieht nach Regen aus. Ich habe einen Vorarbeiterhelm auf. Und das, das ist mein Wipp. Was mache ich hier? Ey, ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, was von mir noch kommt, aber ich hätte mir so einen Helm gewünscht. Ey, wirklich. Ich hatte von meinem Spot her da echt, ich weiß noch, dass ich richtig Angst hatte. Ey, Tim Plus 400 für 1000 Bist der Einstieg war eine Strandung, als ob wirklich die Verunglückung bist. Ja, bei mir war es wirklich die Verunglückung. Krass, ich hätte, und das waren genau die Szenen, die ich sehen wollte, die ich noch vermisst habe. Okay, ich hätte gern gesehen, wie ich an den Strand komme. Krabbel ich, laufe ich, das hätte ich gerne gesehen. Ich wüsste nicht, dass ich da irgendwie fähig war, die noch auszuschalten oder mal aus und an und so eine Scheiße. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Sondern die Kamera, die wir uns um den Arm gewickelt haben beim Helikoptersprung, ist das, die das aufgenommen hat. Ich war ja noch gar nicht an meinem Sack mein Leben genießen. Okay, Joris! Okay, ganz kurz. Nova, Top-Kandidatin. Joris, liebe ich. Das heißt, tatsächlich, habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Denn ich bin gerade hier lang gestapft und dieses unmittelbar direkt da, wo ich gelandet bin quasi. Und wir haben schon die ersten Früchte. Das hier sind sogenannte Lulos, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, irgendwo über mir müsste ein Lulobaum sein und der hat tatsächlich viele reifige Früchte, wie es aussieht. Was für Lulu, Alter. Woher weiß denn der das? Hat die Mutter eben immer Lulubrei gemacht, Alter? Was für Lulu? Woher weißt du Joris? Was ist... Ich hab... Ich schwör's euch, ich hab euch nicht so viel versprochen. Joris ist der, der galoppiert am Ende auf dem Wal. Der ist das, der Typ. Die Krabben freuen sich, ich freue mich. Geil. Was ist das? Ein Angelhaken, wie es aussieht, ne? Beziehungsweise noch ist es ein Knochen, aber ich könnte theoretisch ein Angelhaken draus machen. Aber was ist denn das für ein Viech, Alter? Welches Viech ist denn das? Ist das Mini-Krokodok? Ist das Mini-Krokodil? Alter. Ey, Joris ist der... Wie sagt man? Ist das ein Zoologe? Wie nennt sich das? Biologe? Seologe? Der wird die Natur da umforsten. Da freue ich mich auf geile Infos, die ich nicht hatte, die ich euch nicht geben kann. Hey, ich hab mit ihm auch noch danach geredet und der war... Wisst ihr, was ich nicht vergessen werde? Wie er danach, nach dem ganzen Projekt mit mir steht und ich sag zu ihm einfach, ey Joris, ich weiß zwar nicht, was wir alle da gemacht haben oder ich weiß nicht was du gemacht hast, aber ich mag dich. Also ich weiß, du bist ein toller Typ. Und er einfach anfängt zu weinen. So. Und sagt, ich bin so dankbar und so. Und ey, ich musste mitweinen. Ich so, ey, komm her. Und sowas. Ey, du machst das und toll. Und du hast das toll gemacht. Du hast hier einen tollen Vibe reingebracht. Und so. Er hat einfach angefangen zu weinen. Das war ihm dann alles. Irgendwie ist es ihm überkommen, was er hier erleben durfte. Ich muss selber wieder heulen, wenn ich dran denke, wie der geweint hat. Wie der vor mir steht, wo ich gesagt habe, Joris, ich mag dich total. Boah, das war krass. Beziehungsweise noch ist es ein Knochen, aber ich könnte theoretisch da angehakt und draus machen. Es sieht aus wie eine Wirbelsäule. Beziehungsweise nicht wie eine Wirbelsäule, sondern wie ein Beckenknochen von einem Wirbeltier, vielleicht von einem Aguti oder sowas. Was? Könnte ich mir das auch vorstellen. Na klar, Blatt. Kennst du nicht, die Hunderasse? Aguti, Alter. Kommt direkt nach dem Dalmatiner. Vorm Schiwawa. Hat so. Alter, was liest du denn für Bücher, Jori? Ey, Joris, und sorry immer noch, dass ich deinen Namen echt lange Zeit nicht drauf hatte. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten davor nur diese Phase und danach eine längere Phase, aber ich habe immer Johan gesagt. Tut mir echt leid. Was ich schon gefunden habe, ist folgendes. Kennst man doch. Ein regenbogenfarbener Flipflop. Steht hier. Und zur linken einen schwarzen Flipflop. Ist noch nicht perfekt, wir müssen noch was Passendes finden, aber ich nehme es. Feuer. Sollte meine Nummer 1 Priorität sein, aber ich bin ehrlich, es ist so viel geiles Zeug gerade hier. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Prioritäten nicht richtig setze, dann werde ich nachher drunter leiden. Das heißt, eigentlich jetzt Drybag öffnen, Feuerstahl raus, Feuer machen, beziehungsweise erst mal Feuerholz sammeln, Zunder sammeln. Zunder liegt hier genügend rum. Habe ich jetzt nicht so die Kopfschmerzen, aber einfach Material sammeln. Denn der Himmel sieht tatsächlich so aus, als ob es relativ zeitnah regnen könnte. Oh, schön. Also Fischernetz habe ich unendlich viel. Ich werde also definitiv einen Fisch fangen. Hoffe ich zumindest. Dinge fehlt man viel, ne? Sehr bequem. Man findet viele Dinge, ne? Ich habe ja auch da ein geiles Schuhwerk. Kann sich keiner beschweren. Einige Sachen, worum ich mir jetzt Sorgen mache, ist, wo baue ich meinen Shelter auf. Alles drin, was drin sein soll. Bin happy. Ich brauche jetzt aber erst mal nur meine Machete. Ich habe die selbst in dieser Scheide noch nicht gesehen. Geil. Funktioniert. Bombe. Bestens. Geil. Ich bin gerade in so einer ganz komischen Stimmung, weil ich war schon oft alleine am Strand. Aber ich war noch nie alleine im Strand mit dem Wissen, okay, die nächsten sieben, vielleicht auch acht Tage holt mich hier keine Sau raus. Ja, okay. Mindset bei Joris sagt ganz ehrlich, er hat, ihm ist klar, Mindset ganz stabil. Eben ist klar, sieben Tage, es holt ihn keiner raus. Es gibt kein Versagen bei ihm. Es gibt gar nicht den Moment, und daran merkst, dass einer super, super stabil ist, dass er darüber nachdenkt, dass das vorher zu Ende geht. Sondern er weiß es jetzt, und ja, genau so muss man es machen. Für mich fühlt sich das hier immer noch an wie ein Fiebertraum. Bin ich ehrlich mit euch. Also alles davon, Helikopterflug, Helikopter raus, springen, auf einer einsamen Insel zu sein, das ist arg. Aber eine gute Nachricht habe ich jetzt schon mal, oder eine weitere gute Nachricht habe ich jetzt schon mal, denn dieser Baum, der häutet sich, beziehungsweise er schält sich, und es sieht so aus, als wäre das der perfekte Zunder. Auf der einen Seite fühlt es sich an wie ein Urlaub, auf der anderen Seite merke ich gerade so, okay, ich gehe heute Abend nicht zurück ins Hotel. Heute Abend bleibe ich hier, und ich muss mir jetzt echt dringend einen Shelter bauen, und in diesen Survival-Modus zu kommen, da bin ich gerade dabei zu schalten, aber es ist echt nicht einfach. Rudi! Oh, jawoll! Mann, keine 15 Minuten auf der Insel! Der haut das Ding scheut sich, das ist ein Kicker Rektorux, das ist eine Loco-Loco-Frucht, ich bin da. Acht Tage, jawoll. Alter, Joris, wer bist du? Was bist du für einer? Geh an, ich gönne ihn. Chat, wer drückt auch die Daumen? Wer drückt die Daumen? Es ist sehr frustrierend. Also, ich bin immer noch dabei, Feuer zu machen. Ich versuche schon seit einer vielen Stunden, das setzt noch nicht lange, wir haben hier sieben Tage Zeit, aber es hat noch nicht geklappt. Ich denke, wenn ich einen gescheiten Zunder finde, geht es innerhalb von Sekunden. Das hier ist schon ziemlich gut und ich hatte auch schon eine Flamme, aber ich habe sie nicht umsetzen können. Ja, jetzt mal schauen, ich werde es definitiv gleich schaffen, aber ist nicht einfach, ist wirklich, wirklich, wirklich gerade nicht einfach für mich. Aber, dafür sind wir da, ne? Ganz kurz, Analyse, Zuschauer, sehe ich, der Kandidat, Joris, die beste Wildcard-Entscheidung. Gut, wahrscheinlich wären andere Wildcarder genauso auch geil gewesen, aber ich bin super happy, dass der dabei ist. Oder, Chat? Er macht auch seinen eigenen Podcast. Checkt den gerne mal ab, bei Instagram, den Joris. Folgt dem mal rein, der freut sich sicher. Ihr könnt natürlich auch mir folgen. Ich mache auch jeden Tag Content auf Instagram. Happy auch, ne? Happy! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist fließendes Gewässer und das kommt, das kommt da hinten aus dem Dschungel. Direkt so rein. Bruder, stell dir vor, einer dieser Würmer, weißt du, der dir vorwärts in die Eichel kriegt oder irgendwas, Blutekel, irgendwas. Kleine. Naja, gut, ich war auch nicht besser, glaube ich. Aber von zu Hause aus schon ekelhaft, ne? Oder wisst ihr, was ich meine? Wenn man aber der oder die ist, völlig entspannt. Normal. Geil, Alter. Ich habe einfach das Nieswasser. Was man auch... Oh, mein Herz gerade. Ich habe gestern einen Kommentar gelesen auch. Ich bin verliebt. Ich bin schockverliebt. Ich habe von ihr geträumt. Oder krass. Wirklich krass. Über die Distanz entwickelt. Über die ersten Shows. Making of, sie mal gesehen. Direkt verliebt, Alter. Krass, krass, krass. Mein Herz. Ich bin einfach so happy gerade. Ich bin so happy und glücklich, dass ich einfach einen Spot habe, der Süßwasser hat. Und vor allem, an dem ich mich wohlfühle. Glückwunsch. Und jetzt gehe ich erst mal pinkeln. Nimmst du uns nicht mit? Zeig doch. Spaß. Also, Chat, ist nur Spaß. War nur Spaß. Ich habe einen Spot gefunden als direkt ins Meer. Ich bin einfach so erleichtert über den Spot, dass ich einfach Süßwasser habe, dass ich ein bisschen Müll habe, dass ich einen Spot habe, wo ich mich wohlfühle, der gemütlich ist. Weil ich jetzt einfach weiß, ich kann es nicht schaffen. Gemütlich? Ich kann es halt jetzt wirklich durchhalten. Und? Was haben wir hier? Bambus. Ein richtig fettes Rohr-Bambus. Ist gut. Ja, Traum, ne? Chat. So, hier ist nämlich schon das in Stacheln. Man sollte aufpassen, wo man hier langläuft. Ey, okay, bei ihr sieht es halt wirklich aus wie in den Serien Naked Survivor, ne? Bei ihr sieht es original so aus. Da geht ein kleines Bächlein. Weißt du, was ich meine? Da kommt auf einmal ein Wildschwein vorbei spaziert. Es sieht original. Eine geile Location, eine geile Optik. Wir haben alle Einweisungen gekriegt über alles Mögliche, was da uns tötet. Aber es hat keiner über Flut geredet. Keiner. Und er findet das mal selber raus. sitz mal da und versteh erst, wie weit das Wasser steigt. Find das mal raus. Sieht man am Müll, aber ey, das muss man erst mal schnallen. Weißt du so? Schade. Muss man erst mal schnallen. eine Kokosnuss? Das weiß man ja. Ja gut, ich bin nicht in der Wildnis groß geworden. Das ist einfach so eine wunderschöne, unberührte Natur, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe gerade gesehen, dass diese Kokospalme einfach richtig viele Kokosnüsse hat. Und hoch. 14 Kokosnüsse. Wie, wie? Ich würde mal sagen, da muss ich mal ein bisschen kreativ sein. Möchte ich gerne von euch wissen, wie holt man diese Kokosnuss vom Baum? Möchte ich gerne von euch mal wissen jetzt. Euer Vorschlag. Euer Vorschlag. Wie holt man diese Kokosnuss vom Baum? Diese Kokosnüsse hängen an so einem dicken, die sind so dick mit dem Ast. Die bewegt sich nicht. Vielleicht macht sie so, wenn du sie mit dem Stein triffst. Das geht nicht. Mit dem Stein abwerfen. Ja, das ist aber der erste Gedanke, weißt du, den man hat. Aber diese Klugscheißer geben auch die, versuchen mir die Survivor-Tipps zu geben. Lass es. Den Baum fällen. Ach, sie kann ja dem. Verdammte Scheiße. Das musst du natürlich auch erst mal fertig bringen, eine lebende 20 Meter Palme aus dem Dings zu jockeln. Kokosnüsse. Den Baum zu töten. Ich würde mal sagen, da muss ich mal ein bisschen kreativ sein, wie ich da rankomme. Ich glaube, das hat sie nicht... Also der Plan ist jetzt auf jeden Fall, dass ich mir erstens einen Spot suche, wo mir keine Kokosnuss auf den Kopf fallen kann. Die denkt auch nicht an Flut. Und dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich es schaffe, dass ich ein bisschen erhöht liege. Doch. Zumindest für heute Nacht, für den ersten Tag. Ich bin gespannt, wie die alle schlafen wollen. Den Tropen kann überhandeltes Wasser zu schwerer Erkrankung führen. Na ja. Oh, das ist ja nicht geil. Alter, Stephen in the White hat aber auch den Humor, ne? Sie sitzt da in der Russen-Hocke. So. Sie sitzt so da. Richtig geil. In den Tropen kann unbehalteltes Wasser zu Erkrankung führen. Ihr habt den Humor, Johannes. Ihr habt genau das, was wir brauchen im Schnitt. I love you. Oh, sie fängt an zu bauen. Geil, sie hat Zeitraffer gemacht. Das wurde uns auch gesagt, macht mal ab und zu gerne. Wenn ihr längere Arbeiten macht, stellt die Kamera ab und macht einen Time-Rapper oder wie das heißt. Time-Rap. Time-Rap. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Sehr nice. Weil das kannst du ja nicht ewig zeigen. Irgendwas, das irgendwie total komisch aussieht. Das ist auch nicht so richtig hart. Ganz ehrlich, was ist das Erste, was man da normalerweise macht, ein Mensch wie ich? Anlecken. Einmal probieren, kosten. Für mich sieht das aus wie ein leckerer Salzstein. Ehrlich, ich bin immer einer, der alles probiert und leckt. Außer Popel. Das, da war ich... Ach! Beim Ohr ab und zu mal Schnuppi. Das kennt ihr auch. Ich hab kein Problem damit, das auszusprechen, was ihr alle macht. Und ich auch. Riechen. Nur Schnuppi. Ich frag mich, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt noch einen weiteren Stamm besucht und hier die Pernetze, die werde ich mir jetzt raustrennen, damit ich ein bisschen Schwüre habe. Ist gut, Chat. Ist gut. So, die Frage ist jetzt tatsächlich so ein bisschen wo ich mir das Ganze hinbaue. Also, wo ich mich einerseits wohlfühlen würde, wo mir aber auch nichts auf den Kopf fällt, wo ich aber auch so ein bisschen geschützt bin vor der Sonne, wo ich aber auch in der Nähe von meinem Wasser bin und ich überlege tatsächlich. Liegt da was? Nee, ne? Nee, nee, ist bloß, glaube ich, Licht oder sowas. Ich hab ja gar nicht was direkt im Blick. Alter. Mich hier hinzulagern. Mit Blick aufs Meer. Und da würde ich das dann irgendwie hinbaue. Hier an diese Fläche. Probier ich jetzt erstmal aus. Machen wir jetzt. Sabrina, wollen wir sie kurz analysieren? Eine Kandidatin, die erst seit einem Jahr im Outdoor-Bereich tätig ist, also für sie ist das auch alles neu, die das aber liebt, das ist ihr Hobby-mäßig, nennt sich Sabrina Outdoor, wo viele natürlich auch denken, okay, das ist die Outdoor-Expertin, die nimmt Gegenstände mit, so hat kein anderer gedacht, aber auch da immer unter Rücksichtnahme, es sind alles, alles Menschen und sie ist auch nicht so lange dabei, dass man das einfach sieht, dass man nicht sich einfach denkt, ah, die heißt Sabrina Outdoor, die muss irgendetwas, die muss gar nichts. Also wirklich, ist sie die geeignete Kandidatin? Ja, als Newbie in der Outdoor-Szene haben wir, haben wir nur sie. Joris ist, glaube ich, schon länger dabei, aber sie ist so die Newbie, die Einsteigerin, die ihr Hobby zum Beruf machen will. Top-Kandidatin-Chat, oder? Top-Kandidatin. Otto! Der reitet Krokodil direkt. der reitet Krokodil direkt am Schwarz. Ich weiß nur nicht, ob es so gut ist, aber erst mal auch ein bisschen mitgenommen, ne? Bisschen mitgenommen. Auch weiter Weg zu schwimmen gehabt. Schnecken sehe ich schon da, die man essen kann. Wer glaubt, dass Sascha, äh, Sascha, ich sag, wer glaubt, dass Otto sich von allem ernähren wird, was man da so findet? Ich glaube, ja. Sind du recht klein, aber würde schon nicht gehen. Müll ohne Ende. Ich kann es auch gar nicht glauben, hier auf so einer Insel zu sein. Kann man nicht glauben, das kann man nicht glauben, man kann es nicht glauben, wenn du da bist. Dass du wirklich, dass der Tag jetzt ist. Das ist nur mein richtig trockenes Holz hier. Bruder, was hat denn der da alles liegen? Ist das Wein da? Okay, im ersten Moment, ich weiß auch da, was die ganzen Backdoor Survivors, ähm, Backseat, Backstreet Boys, alle denken. Wow, Alter, das ist toll. Da kannst du dir richtig was bauen. Jetzt kommt der kleine Haken, den ihr nicht bedacht. Heb mal so ein Ding an. Wow, guck mal da, ein leichter großer Stock. Heb das Ding bitte an. Weil du siehst diesen Stock vorher, bei, bei Flut oder so, auf dem Wasser. So. Stock kommt an, Wasser geht weg. Oh, guck mal. Danke Wasser, ich übernehme. Ist nicht. Weil ich weiß, dass, was Bilder in einem Menschen machen, Bilder in einem Menschen machen, ja, das geht, das geht, das geht, das geht davon. Hier, das kannst du alles nicht tragen. Wasser, die Bilder, Wein. Ach, das ist ein Krokodil. Krokodil, bitte, Krokodil. Das ist wahrscheinlich eine, Süßwasserquelle, die hier rauskommt. Krasse Insel, Chat, oder? Ich hoffe, ehrlich, dass Fritz auch so einen geilen Spot hat, weil das ist ja schon unfair. Ist ja alles. Zu einfach? Für Otto zu einfach. Da sind Badelatschen. So, ich muss nur meinen Gegenstand finden. Scheiße, der langweilt sich jetzt schon. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Der langweilt sich. Ich kenne ja Otto. Ist alles da. Ist unfair. Otto, Alter, bist du, ich schwör's dir, ich erwarte von dir, dass du den Sascha mal vergrabst. Dein Messer. Einzel Chat, vergrab dein Messer. Das ist ja Kinder. Das ist ja wirklich scheiße. Das ist ein Spielplatz. Otto, schäm dich. Ich brauche nur nicht meine Machete. Ohne Machete geht hier nix. Ich gucke gleich mal in die Predictions, was ihr denkt. Süßwasser, Süßwasser. Was ihr denkt. Wer gewinnt? Ich will's gleich sehen auf Fanblast. Wer gewinnt? Feinstens verzichtet. Alle teilnehmen an der Prediction. Und da hängt wohl mein Bag. Seven on the Wilds. Ich kann auch, was ich sagen würde. Ja! Ich hab's in die Show geschafft. Warte mal ruhig nochmal. Ich liebe dich. Seven on the Wilds. Wie kann man auch, was ich sagen würde? Da denkt er an mich. So, ich bin... And by the way, ganz kurz ein B-Sides, die Info. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Es tut mir leid, aber es ist mein Stream, ich muss es machen, weil ich euch die Sachen erzählen muss. Ich hab mit Otto ein Gespräch geführt, weil ich dachte, ey, wir sind zusammen im Helikopter und ich sag zu ihm, hättest du mir doch diesen Bojentrick mit der Jacke verraten und Otto, verdammte Scheiße, ja, ich hab da nicht dran gedacht. Ich war so damit beschäftigt, die ganze Insel zu erkunden aus dem Helikopter und ich denk, Alter, hätt ich diesen Bojentrick mit der Jacke gewusst, du lässt mich da so runterspringen, voll eingepackt wie im Winterurlaub. So blöd, also wirklich krass. Aber wir haben darüber geredet und Otto hat einfach nicht drüber nachgedacht. Ich find das so toll, Otto ist so, ich lieb den Mann. Brauchen wir nicht drüber reden, kann ich jetzt schon die Kandidatenanalyse machen. Es ist für mich der Top-Kandidat. Also es ist der, von dem viel erwartet wird, es ist der, der viel Erfahrung mitbringt, es ist der Übersympath, es ist irgendwie, du hast hier eine Mischung aus Kai Pflaume und Oliver Geisen, es ist für jede Mama der Typ, der Typ, bei dem man sagt, ja, von dem würde ich mich noch einmal beflügeln lassen und so einen brauchst du. Das ist der Quotenbringer, das ist Kevin von den Backstreet Boys. ...pack sagt und ich hab sie, meine Maräte, die mich sieben Tage begleiten wird. Ich bin so happy, das Ding hier zu finden, auf der Insel zu sein. Ich könnte gerade kaum, kaum glücklicher sein, muss ich echt sagen. Ich will jetzt erstmal die Klamotten hier ausziehen, die nassen. Mikro immer noch nass. Die hinhängen oder ein Teil davon ausziehen, dass es trocknen kann, solange wir noch Sonne haben, weil nachts kann es kalt werden. So los hat eine Ongo-Boxe durch die Gegend spazieren. Ich weiß, ich hab Wasser, Süßwasser, ich könnte direkt einfach drauf trinken, aber ich will jetzt erstmal gucken, wo ist ein cooler Platz hier, um zu pennen. Ja. Ich geh jetzt erstmal ein bisschen erkunden. Hier ist ein Wildpfad, denn, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erkennt kann. War für mich undenkbar, ich geh jetzt erkunden. Ich denke hier. Ausgetreten. Noch kurz ruhen. Kurz ruhen. Was ein Müll hier. Boah, alter, auch alles voll. Aber Otto hat schon die ganze Insel erkundet. Sechs Kilometer. Was hat Süßwasser für Vorteile? Wir sind direkt dran, aber hat natürlich auch Nachteile. allmöglichen Viecher wollen da auch trinken hin. Jetzt heißt es, schauen, wie bauen wir hier einen Shelter. Wohin bauen wir den? Flaschen gibt es hier ohne Ende. Das ist irre. Aber es ist einfach irre. So. Boah, ist hart. Was würde ich dafür geben, wenn ich solche Titten hätte, alter, wirklich. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht, aber ihr seht ja meine zwinkernde rechte Brust. Die linke, wirklich, die guckt nach oben. Meine rechte guckt einfach, oder ist das die rechte? Eine guckt auf jeden Fall nach unten. Guck mal. Eine guckt halt, naja, die guckt halt einfach runter, alter. Das ist doch nicht normal. Meine Brust schielt. Aber wie? Die muss so sein. Ja, und den Anblick könnt ihr euch jetzt mal in der Folge und auf jeden Fall auch noch in der nächsten, da könnt ihr euch schon so ein bisschen mit vertraut machen. Huhu. Erstmal Sachen trocknen, dass wir nicht normal, die blinzelt. Heute Abend blinzelt. Einfach trockene Klamotten haben. Nicht normal. Und Abfahrt. Ey! Otto! Du hast mir gesagt, niemals ohne Handschuhe. Sehe ich aber wirklich nicht gerne. Aber dann muss ich auch mal mit dir schimpfen. Wirklich wahr. Wirklich schimpfen muss ich mit dir. Die könnte schon Blatt sein. Coconut Shock. Boah. Boah. Nee. Ganz schlecht. Uhlalalala. Uhlalala. It's a one and a dad. Uhlalala. Wer kennt den Song noch? Entschuldigung. Boah. Stink dir wirklich. Boah. So eine geile Show, oder? So eine geile Show. Ganz, ganz schlecht. Ich rieche richtig furchtbar. Ich gucke jetzt mal, wir haben da oben welche. Denn das erstwichtigste ist einfach trinken. Dass ich genug zu trinken habe. Deswegen würde ich einfach gerne hergehen. Ja. Und hier zwei, drei Kokosnüsse haben. Um einfach sicher zu sein. Hey, cool. Die habe ich. Ach, guck mal. Da oben sogar. Geier, da guckt schon. Kreist schon. Kollege. Mich nicht. Bruder. Ich sag dir. Der Tag, an dem über dir die Geier kreisen, Alter. Alter, gar kein Bock. Dass über mir die Geier hin und her fahren, Alter. Was bin ich? Verwesendes Fleisch? Das ist immer kein gutes Zeichen, wenn du über die hörst. Und am besten noch so in Dreierformationen. Im Kreis. Über deinen Kopf. Hä? Sag mal. Ist bei mir. Geht bei mir irgendwas. Ist was? Ist was? Hä? Wo ist er denn dann, der Sensenmann? Na ja, da oben probiere ich zu kriegen. Ob ich irgendwie zwei, drei runter bekomme. Dass ich einfach weiß, ich habe was zu trinken da. Gleichzeitig Klamotten trocknen. Gucken. Damit ich einfach heute Abend irgendwo trocken bin. Ich habe ja schon viele geile Spots gefunden, die irgendwie geil passen könnten. Da hinten sieht es fast aus wie so eine kleine Höhle. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht sogar ein Wechsel von Spots wird. Ob es einfach mal ein, ich teste mal eine Höhle im Dschungel, ich teste mal höher zu gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt mal gar nicht. Köhle ist geil. Wo drauf es hinauslaufen wird. Und da hinten habe ich ja einen fetten Fluss anscheinend, wie es aussieht. Oder zumindest mal so eine Art Magroben. Die würde ich auch mal komplett erkunden gehen. Aber jetzt erst mal gucken, dass ich hier eine Kokonat runter bekomme. Der liebt mich doch. Der liebt mich doch. Kokonat. Alter, das ist... Wie kann es für Otto so sein, dass ich mich so meinen Wortschatz so in ihm wiedersehe? Das freut mich total. Jetzt sind schon drei Geier da. Was? Otto, da würde ich mir Sorgen machen. Jetzt sind schon drei Geier da? Sascha, let's go. Der ist geisteskrank. Freunde, hab ich da Süßwasser. Hab ich da... Süßwasser. Magroven. Krokodil. Man weiß, hier ist ein riesen Salzwasserkrokodil unterwegs. Es sind wenige. Salzwasserkrokodile sind die größten Reptile in der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ganz kurz, es ist alles, was ich euch schon in den letzten Streams erzählt hab, ne? Sascha mit den Krokodilen. Ihr erinnert euch, was ich alles gesagt hab, ne? Das ist... Kriegen wir jetzt einen Vortrag über das Krokodil? Gut, wunderbar. Lieb ich. Ich bin ein Biologe. Salzwasserkrokodile fressen Menschen. Da sind Fische drin. Richtig viele Fische. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Die kann hier... Die kann hier fischen. Die kann hier fischen. Das ist Süßwasser. Aber bevor ich da jetzt näher gehe, Freunde, ganz wichtig. Salzwasserkrokodile, gefährlichste Reptilien der Welt, sind bekannte Menschenfresser. Und das ist jetzt kein Bullshit. Das stimmt. Die fressen Stüffel, Tiger, Menschen, Affen, natürlich anderes Zeugs auch. Aber eben auch Menschen stehen auf der Beute-Liste. Und wir sind hier wegen einer einzelnen Insel, wo schon mal so ein Salzwasserkrokodil gesichtet wurde. Die wären bis zu einer Tonne schwer. Sieben Meter lang. Da kann ich einfach jetzt nicht mehr am Boden pennen. Ich bin hier anscheinend mangrovengebiet. Das könnten überall hier Krokodile sein. Deswegen einfach nicht hinfetzen, sondern erstmal einen Stein reinschmeißen und schauen, ob er was rausbeißt. Die warten unter der Wasseroberfläche und wusch, kommen die raus. Ja, ich hätte auch Bock als Krokodil auf so einen Stein, Alter. Hack! Jawohl, den schnapp ich mir. Ja, wunderbar. Schnee, schna, schnappi. Du darfst das auch nicht zu sehr dran glauben. Weißt du, was ich meine? Dann kommt die Scheiße. Ist gut, das ist da. Ja, und? Die merken sich übrigens auch, wo du das letzte Mal Wasser geholt hast. Also auf keinen Fall zweimal an der gleichen Stelle Wasser holen. Also wirklich, mit dem ist nicht zu spaßen. Wir haben eine super Rettungskette, aber Süßwasserkrokodil, das beißt dir rein, macht eine Todesrolle ein paar Mal, deine Klebmasse sind ab oder sie zieht dich sofort ins Meer oder ins Wasser und frisst dich dann dort unten. Das Krasse ist, richtig wild jetzt, ich will es jetzt gar nicht laut aussprechen, aber wisst ihr, wie wir das machen? Wir können einen Puls runtersetzen auf zwei bis drei Herzschläge pro Minute, können somit eben eine Stunde unter Wasser sein und wenn die dich da wischen, dann packen sie dich unten unter dem Wasser zwischen Steine rein, dauchst du nie wieder auf. Da verwehst du langsam, dann können sie dich besser zerteilen und essen. Also weißt du, einen großen Fehler, den Sascha hier macht, es ist gut, Recherche ist gut, aber ey, von der Scheiße, von der du Angst hast, das ist wie, verdammt nochmal, dein eingewachsenen Zehennagel googeln und feststellen, verdammte Scheiße, ich hab einen Odentumor. Das darf man nicht machen, versteht ihr, was ich meine? Es ist gut, hat der noch Bücher gelesen über das Krokodil? Mach das nicht, mach es nicht, okay, es ist eine Gefahr, weiß die wichtigsten Sachen, aber alter, du kannst ja wirklich, du kriegst, du könntest ja wirklich Biologe werden mit dem Fachgebiet Krakadil. Kein Problem, bevor sie dich essen, fressen die übrigens vorher Steine, damit die im Magen sind und dich besser zermahlen können. Also ich will nur sehr ungern von Steinen zermahlen werden, das haben auch die Dinosaurier damals noch gemacht, also es ist abartig, das Krokodil kann in der Nacht perfekt sehen, kann unter Wasser durch die Linse, die rüber geht, perfekt sehen und auch eben wie gesagt in der Nacht und es kann auch galoppieren, das sind alles Sachen, die wusste ich alle nicht, aber natürlich habe ich sehr viel recherchiert und das ist jetzt ein Problem, weil hier habe ich Süßwasser und einen großen Wald, das heißt hier könnten Krokodile sein und das ist jetzt richtig scheiße, weil ich muss jetzt weit oben pennen, sonst kann ich da kein Auge zudrücken, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, muss man auch dazu sagen, aber ja, eins reicht und du bist tot, die warten bis zu einem Jahr aufs Futter und ich lade. Ja stimmt, das ist wirklich so, also die Info habe ich natürlich auch, dass es echt so ist, wenn du ans Wasser gehst, holst du dein Wasser, das geht heute gut, das geht morgen gut, das geht am Tag drauf gut, erkennt das Krokodil einen Rhythmus, dann ist irgendwann, entscheidet sich Krokodil für den Tag und dann ist das da, dann sitzt das da. Wenn du natürlich so einen Tümpel hast wie Sascha, klar, das schürt die Angst noch ein bisschen mehr, ne? Aber hier einfach die ganze Zeit von Krokodilen und es kann sein, dass ich hier Süßwasser habe, ohne Ende, Fische ohne Ende, das probieren wir jetzt, Freunde. Bitte ist das trinkbar, ich koste es jetzt einfach, ich koste es jetzt einfach, sieht gut aus, kein Salzwasser, das da drüben einfach rüberkommt, irgendwie. Bitte ist das trinkbar, bitte ist das trinkbar, ich kann mich da waschen, Freunde, duschen, waschen, baden, alles. Achtung. Das ist, das ist perfektes, klares, frisches, fast durchsichtiges Wasser, Süßwasser, Süßwasser, Ja, ich kann die Freude nachvollziehen. Das ist für mich, das ist für mich. Mega. Der Checkbot, das heißt für mich jetzt, auch wenn es nicht regent, habe ich genügend Wasser und ich kann die sieben Tage irgendwie schaffen, ich muss nichts essen. Ein Nachteil, Scheißerei kommt. Nächstes Problem, Sascha, und ich will dir keine Angst machen, die Krokodile riechen das. Sascha, ich will dir keine Angst machen, aber guck, wo du hin scheißt, guck, wo du hin scheißt, nimm nicht jedes Loch, guck, wo du hin scheißt. Darf ich mich nicht verletzen, Kalkohodile darf ich mich fressen, Skorpion, Schlangen, Spinnen, alles nicht, aber es wäre prinzipiell, es ist jetzt schon mal super, super, super. Das ist perfekt, also es ist wirklich gut. Guck mal, das Wasser sieht sehr gut aus, Chad, wer würde es trinken von euch? Einzel-Chad, wer würde es trinken? Sollte gut passen. Füllen wir die mal auf. Dann färmen wir natürlich jetzt das Papier, damit die Sonne das schön säubern kann dann. Perfekt, sieht super aus. Boah, sieht super aus. Jetzt bin ich da über den Platz mal hochspaziert. Was denn der hat? Der hat da wirklich einen Geschirrspüler stehen? Perfekt, sieht super aus, schaut super aus. Bruder, einfach den Geschirrspüler am Start, ey, Bruder, von Miele. Wunderbar, da wache ich mir die Flaschen sauber, toll. Jetzt bin ich da über den Platz mal hochspaziert, hopp, erst mal eine grandiose Aussicht. Jurassic Park. Und da habe ich mich gesehen, wächst noch eine Palme hoch. Und die, da ganz oben, hat sie eine Brucht. Na super, eine einzige Kokosnuss ist da oben. Extrem weit oben. Ah ja, aber ich muss mich jetzt im Shelter kümmern. Ich glaube, ich könnte da schon mal ein bisschen eine Schnur, ein bisschen ein Seil mitnehmen. Jetzt hat deine Schnur nicht vergraben müssen. Verdammter Ar... Jetzt hat deine Schnur nicht vergraben müssen. Das wird jetzt auch nicht benutzt. Chat, oder? Das wird jetzt auch nicht benutzt, Sascha. Was ist denn jetzt? Da sind zwar Millionen Graben, oder was immer das sind, aber ich glaube, ich werde hier mein Lager aufbauen, mein Shelter aufbauen. Es gibt eigentlich nur die zwei Bäume, die gut zueinander stehen, wo ich so liegen kann. Alles andere kannst du eigentlich komplett vergessen. Ich habe ein gutes Dach. Es ist sehr dicht da oben. Das heißt, es regnet mich nicht so krass an, wenn es regnet. Jetzt muss ich nur vom Boden weg, weil... Danke, Motz. Ich habe natürlich auch schon beobachtet, dass hier... Wir gehen rein jetzt in den Zorn. ...so ein Pfad ist, so ein Tierpfad. Geht da entlang zum Süßwasser wahrscheinlich. Kommt da raus. Da sind richtig niedergetrampelt. Also Wildsauen, keine Ahnung. Boah, der hat Kraft. Freunde, so, meine Idee war jetzt eigentlich, die zwei hier aufstellen, ja, dann hier auf die zwei, diesen, ja, diese Astgabel, ist keine Astgabel, sondern hier oben einfach, ähm, mit diesen hier zu verbinden, also einstecken hier und ein Seil hier und dann so querbalken und da pennen. Aber jetzt habe ich eine andere Idee. Jetzt sage ich, ich mache jetzt das Seil hier da rum, das Teil hier da rum und ich liege vielleicht einfach auf dem Seil. Muss ich jetzt probieren, aber ich sage es euch, da ist alles tödlich. Du musst so aufpassen, schneidest dich, zack, Wunde, Wunden verheilen nicht oder nur sehr langsam da auf der Insel und überall, jeder Baum, seht ihr das, Freunde? Einfach komplett hier, ja, spitz. Da kannst du ja nicht dran schlafen, aber ey, wie Sascha rangeht, sag ganz ehrlich, wie viel, was haben ihm die Tipps und die Tricks vom Militär gebracht? Mega krass, ich werde da im Traum nicht auf so eine Idee kommen. Ich sehe nicht mal visuell, wie man etwas baut. Ich sehe das nicht. Ich hatte Probleme beim Obi-Garten, Bau bei mir daheim. Verdammtes scheiß Vogelhaus. Du siehst die Bretter und zu wissen, wie rum gehören die dran? Nicht mal das habe ich hingekriegt. Riesenrespekt vor allen, die dieses grafische Denken haben, Sachen so bauen zu können. Ich kann es nicht. Fast sogar noch fettes Seil hier reißt. Man muss richtig aufpassen, wenn man hier arbeitet. Ah, crazy. Ja, was Sascha? Der Sandbüchsenbaum zählt durch den Wolfsmichtgewässern? Der abgesondert Milchsaft ist extrem toxisch, wurde anderen als Pfeilgift verwendet? Sascha, bist du da? Das hat uns keiner gesagt. Ich schweige, könnte ich jetzt schon wieder zurückfahren. Diesen Baum, das hätte ich nicht, hat uns keiner gesagt von dem Baum. Tom McIlroy, McDonalds. Well, you are on old McDonald's had a farm. What you crazy guy? You not talk this. Keiner von denen hat uns über diesen toxischen Wüstenbaum was erzählt. Der Dosenbüchsenbaum, Alter, den höre ich zum allerersten Mal. Moskitos fliegen auch schon durch die Gegend. Die Idee an sich ist doch gar nicht schlecht. Super. Oder? Dass man sagt, da habe ich jetzt die Schnur rundherum. Das heißt, natürlich, manche Stellen ist sehr dünn, weil der Baum natürlich auch Arsch ist. Ich habe mich schon geschnitten, da blüht die schon. Ach, Scheiße. aber da jetzt noch rundherum wickeln, andere Seile und so, dann kann ich da oben pennen. Vielleicht funktioniert das. Machen wir jetzt mal den Stresstest. Achtung. Fertig. Ach, Scheiße. Da ist ein Problem. Ey, Sascha, pass mal auf. Geh doch die 15 Meter zurück. Nimm doch die Hängematte einfach aus die Steine raus. Was soll der Scheiß? Sascha, wirklich? Bist deppert oder was? Hast doch die Hängematten mitgenommen. Darfst doch fünf Gegendsteine. Was machst du denn jetzt denn? Toll Eskalation! 10.000 Euro! Ja, Mensch, ist doch gut. Da. Ach, bei die Scheißdinger da. Boah. So ein Schelterbau bist du deppert. Ich kann nicht mehr. Ey. Schlimm, ja. Nur ein paar Sachen und es ist so verraten anstrengend. Ich muss was trinken gehen. Jetzt muss man schauen, wie die Flasche. Oh, der ist auch fertig. Guck mal. Wie die Flasche geht. Wenn man das trinken kann. Man sieht es ihm auch an. Ich kenne ihn auch in besserer Verfassung. Und man sieht das. Das nimmt einen mit schon nach Stunden. Schelterbau ist sick. Ich würde alles geben, einfach nur um die Scheiß Hängematte da zu nehmen und Paracord. Paracord brauche ich keins. Nur Hängematte. Liege drin. Boah. Boah, jetzt wäre Jackpot. Kann ich irgendwo hinhängen. Boah. Hat das mit den Seinen super funktionieren können. Aber das ist doch so kaputt und da die Stachel. Da reißt ständig immer alles auf. Mensch. Boah, die Insel, die kennt nichts. Weißt du, jetzt zusammenholst das Scheißding aus die Steine. Idiot. Jetzt werde ich aber sauer von hier. Sag ich, ja, wenn das deine Mutter sieht. Die Insel kennt nichts. Nova, jawohl. Wir sind da. Nova, wir sind da. Nova. Ich habe jetzt in der letzten Stunde Powerfrau habe ich den Strand ein bisschen abgesucht und das war jetzt nicht allzu spannend, deswegen dachte ich, das filme ich jetzt euch nicht. Aber ich werde euch gleich zeigen ein paar gute Sachen, die ich gefunden habe. Also, mein wunderbarer Biwaksack, das hat auch der Grund, warum ich echt ein bisschen Ruhe habe und nicht so viel Stress, weil mit dem kann ich auch einfach hier pennen irgendwo. Auf die Steine. Ich brauche eigentlich keinen richtigen Schutz, sozusagen, werde ich aber trotzdem bauen, da habe ich hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe super viele Schnüre hier gefunden. Also, sowas hier, ich habe keine Ahnung genau, was das ist. Das hat mein Sohn um den Bauch gebunden, dann schmeiße ich den ins Wasser. Sowas ist das. Bloß in etwas kleiner, ne? Das ist irgendeine Bojen, Boje, ähm, wie nennt sich das? Schwimmgurt. Da geht mein Sohn mit ins Wasser. Freue mich schon ganz extrem auf Novas Erfahrung mit dem Biwaksack. Den original gleichen Biwaksack haben wir gehabt. Ganz ehrlich, ich frage euch nochmal im Nachhinein, weil ich immer noch der Meinung bin, das ist das Geheimrezept, um Seven in the Wilds zu bestehen. Egal bei welcher Temperatur. Weil du kannst das einfach hinlegen, du bist zu, du bist irgendwo drin. Alle anderen habt ihr doch die Probleme. Ich muss irgendwie hoch, du musst da drin gar nichts. Das ist mega reißfest. Mal sehen. Das kriegt man fast gar nicht auseinander. Vielleicht top. Das ist auch super lang. Ich weiß nicht, was das war. Dann solche hier, die habe ich abgeschnitten. Ähm, die hier, ja, also da habe ich einiges sozusagen. Dann, wie gesagt, Leute, in meinen Augen, absolut geilstes Gadget. Ähm, das ist hier mein Kokosnuss Antikokonathelm. Ich werde den irgendwann kombinieren mit diesem Hut zusammen. Wenn der Trotter oder Modedesignerin auf der Insel direkt geweckt, Alter, wie kombiniere ich die Farben, Alter? Pass auf, ohne Scheiß. Vielleicht sie schon im Kopf, das Marketinggenie überhaupt. Ich komme zurück und es gibt die die Nova Collection, Alter, ganz einfach. Wer trägt heutzutage bei einem Pferderennen noch diese großen Hüte? Wir tragen Helmhut. Habe ich. Ja, also ihr fragt euch, was ist das Nova? Ähm, ich habe mir heute überlegt, weil auf dem Stein gesagt zu schlafen, das ist absolut, äh, schlecht. Und deswegen habe ich hier so Schaumstoff gesammelt und versuche das halt dann gleich so oder nachher so Tetris-mäßig irgendwie hinzulegen, dass ich da drauf dann pennen kann. Äh, hier ist nochmal so ein richtig, so ein richtig dickes Taub, und hier, äh, ja, ist der Anfang von einem sehr, 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 äh, selbstmäßigen Shelter. Ach ja, und Leute, das Geilte, ne? Also ganz ehrlich, der Stuhl hat es mir halt einfach angetan. Da werde ich dann hier schön... Ich hätte alles gegeben für einen Stuhl. Ich hätte alles gegeben für einen Stuhl, für Möbel. Du kannst da nicht sitzen. Es gibt nichts zum Sitzen bequem. Es sind Steine, es ist scheiße. Ich bin sitzen, weil er dann hier... Kommt der erste Klugschalter im Chat. Tuxmann, kannst du ja doch bauen. Er sagt, ich sparte es, ich sparte nichts, sag nichts, sag nichts. Doch, ich sag was, ich sag das wirklich, der kotzt mir. Sag nichts, weißt du, der hat wahrscheinlich, der hat gar keine Ahnung, der geht im Keller, die Getränke hochholen, und denkt, das war anstrengend. Der Typ trifft jetzt. Ich sag nichts. Mehr glotzen. Also, das habe ich mir aber so rein weggeisert, das Ding. Oh, Peck, da weggeisert. Ich habe jetzt den Puppe, da bei Kokosnuss sind, eine Kokosnuss da runterschließen. Sieht echt geil aus. Sieht echt geil aus. Wenn ihr das da hinten seht, dort befinden sich die Nüsse. Diese Frau hätte dies gerne. Deswegen werde ich da jetzt mir so ein Bambusstockgerät nehmen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann werde ich das da runter schlabustern. Warum wird das geblurrt? Was soll das denn? Was ist das wahrscheinlich? Die läuft auch nackig rum. Die ist krass. Ey, Nova, was hast du da mit der Helm und der Huhn? Nova? Das ist Legende. Du bist Legende. Ich finde es Wahnsinn, dir dazu zu schauen. Nova, du bist für mich Highlight hier. Weil die wahrscheinlich im Tanga rumläuft, ne? Ja, ja. Ey, klar. Da wird wahrscheinlich in der, äh, da wird einiges noch geblurrt. Weil ich denke mal, irgendwann ist auch mal Otto frei von allem, ne? Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, irgendwann so, pff, nach ein paar Stunden ist dir eh scheißegal. Dich juckt das doch gar nicht. Was du da in die Kamera, ja, ich filme jetzt hier. Ist das scheißegal. Weißt du, du bist mit der, mit einer verdammten GoPro alleine. Keine Ahnung, ob andere so gedacht haben, mir, für mich war es so. Mir war alles scheißegal. Geil. Gepackt. Die hat's, die ist es. Bruder, da wird ich aber neidisch. Ey, wenn ich, wenn ich euch sage, dass sie wirklich jede Scheiße angespielt wird, braucht man einen Drucker? Ist das krass, ey. Bruder, und ich schwör's euch, die Druckerpatrone, die hier von Epson 6995, Alter. Und die Scheiße bei diesem Drucker, sag ich euch ganz ehrlich, was die größte Scheiße ist, ist gelb leer, musst du alle austauschen, auch wenn ein anderer noch was drin. Du willst schwarz-weiß drucken? Geht nicht. Alles auffüllen, sonst drucke ich nicht. Recksau. Du, Epson. Größte Verarsche ist das. Krass. Kenn ich. Beide machen halt keine Geräusche. Ich weiß noch nicht, ob das schlecht ist. Hört man nicht, glaube ich. Egal, ich mach die beiden jetzt mal auf und dann schau ich mal. Alter, die hat Regenschirm mit dir hat alles. Boah, hier jetzt schön in den Dings zu schlagen, ist wirklich scheiße. Sie hat ne Axt. Kein Messer, denkt dran. Sick, 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 sick. Unterlegscheibe? Boah, in der Sonne ist es echt kein Spaß. Das sieht fast aus wie eine richtige Kokosnuss. Okay, also keine Ahnung, in meinem Leben sehe ich das jetzt zum allerersten Mal, dass wir diese Fabrik-Kokosnuss von eurem Supermarkt bei Kaufland Rehvedica das erste Mal von einem Menschen komplett ausgeschält bekommen. Das habe ich in der Vorbereitung mit Otto und Martin so nicht gehabt. Sagen, die machen wir jetzt mal zusammen auf. Top. Die ist es. Da ist mir auch einiges an. Kokosnuss, Wasser drin und ich hoffe auch nice Fruchtfleisch. Ich bin stolz. Ja, kann man auch sein. Kann man sein, ne? Chat, kann man sein. Da kann man stolz sein, ne? Der Moment der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geil aufgeht, aber we try it. Boah, fast. Boah, geil. Ey, ich habe auch schon keine Kraft mehr. Ist so lächerlich. Ich bin seit einem Tag auf der Insel. Aber egal. Oh ja. Oh, verschützt. How do I do it? Oh nein, oh nein, oh nein. Also, ich würde da als Frau ganz anders agieren. Passiert mir sowas, mache ich den hier. Kokosnuss hoch und so. Alter. Einfach so. Da musst du catchen. Da musst du catchen und grabchen. Da ist jeder Tropfen einfach extrem wertvoll. Oh, ist noch viel drin. Oh mein Gott. Top. Geil. Direkt Bock, Alter, auf eine runde Coconut-Schock. Das war so lecker. Okay, so die Scheiße, das unten aufgegangen ist, aber... Ich mache jetzt den Rest der Kokosnuss auf und dann esse ich das Kokosnussfleisch. Coconut. Das werde ich mir jetzt so reinfetzen. Ich präsentiere meine Aussicht. Hey, krass. Was ist das? Verdammt. Ein Kajok. Ey, wenn... Ich sage euch ganz ehrlich. Also, denkt nicht, hier ist was geleckt. Kommt die Aufgabe, baue ein Boot. Da liegt es einfach. Wirklich, es könnte eine Szene aus Far Cry sein. Ja, wirklich, Far Cry 3. Und das ist jetzt mein erstes Stück. Haben wir davor immer drüber geredet und gelacht. Mhm. Mhm. Schmeckt richtig gut. Geil. Kann ich vermutlich nach sieben Tagen auch nicht mehr sehen, aber... Ui. Ich habe mich ja selber schon ein bisschen lächerlich gefühlt wegen meinem Helm hier, aber eben gerade. Ist genau da vorne. Vielleicht seht ihr die auch. Da im Wasser. Da hinten. Ne, ist so weit weg, ne? Ist da meine Kokosnuss runtergefallen. Bruder, ich dachte, es ist so weit, Alter. Da hinten. Sieh, ist ganz genüsslich. Ihr Ding. Da hinten habe ich gerade gesehen, wie ein kleines Babywildschwein von einem Krokodil erfasst wurde. I wait for this fucking moment. Oder weißt du nicht, dass da irgendein Tier stirbt oder so? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Auf dieses... Auf dieses... What the fuck? You talk about this show. What is this show? Das bedeutet ja... Eigentlich... Dass sie reif ist, oder? Ich werde mich aufmachen. Ich hole die jetzt. Aber wenn eine Kokosnuss fällt, dann tut es vielleicht auch zwei. Hier wird kein Risiko angesangen. Na? Die kann da, na, bla... Ne, scheiße. Wieder am Plan B. Ich kau einfach erstmal auf und dann erzähle ich euch weiter, okay? Da ist das Objekt der Begierde. Die ist nicht normal. Die ist nicht normal, die Frau. Guck mal, das ist noch eine. Ich kann entscheiden, hör mal. Das ist ein Oberhammer. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich diese Kokosnuss hier sehe, Müll, Schrott, absoluter Dreck. Ey, hier habe ich mich schon einmal so abgefatzt aus Versehen. Sekunde. Da muss man so aufpassen, wegen diesem scheiß Stein. Und ich brauche unbedingt hier auch einen Flipflop, weil der ist mir zu klein, der Krok. Irgendwie tut es weh, in der kriege ich blasen, glaube ich. Deswegen, ich muss mir gleich einen zweiten Flipflop suchen. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Okay. Ich versuche jetzt, diese Kokosnuss hier auszuholen. Komm. Die ist nix. Zu Mama. Mama, die ist nix. Mama, lass. Ey, wenn die jetzt nicht hier. Die ist nix. I see. I see. Okay, da ist auf jeden Fall was drin. Nothing. Da ist. Geil. Für die ekelhaft. Okay, die transportiere ich jetzt zurück. Dann sehen wir uns gleich. Ach, immer noch nicht. Man wartet so, ich warte so selbst auf mich. Hier läuft ein kleiner Bach ins Meer. In diesem Bereich. Top. Und es sieht so aus, als würde er von da drin kommen. Aber was ganz wichtig ist, wenn man sieht, wie viel Müll hier ist oder so an Reifen, dann heißt das, dass teilweise Ebbe und Flut oder bei Sturm das alles hier reingetragen wird. Bis hier hinten. Ey, ich sag's dir ohne Scheiß. Wer sieht auch die Verbindung gerade? Sag ganz ehrlich. Dieses Lasso, was der gefunden hat. Den Reifen, Alter. am Baum, Alter. Und dann schaukelt. Sitzen und schaukeln. Hat irgendeiner noch diese Verbindung erkannt? Also bei der Lagerplatzwahl muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich ein bisschen höher bin. Wie beim Trödeltrupp da. Schükrü kommt gleich vorbei. Richtige Jungle. Guck mal, welche Schätze du da hast. Entschuldigung. Wow, eine Lagune. Das ist eine coole Stelle hier. Oh mein Gott, ist das krass. Der hat die beste... Also sowas, was ist das denn? Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum das war, das Wasser hier so nötig ist. Das ist... Denke nicht, dass das atomverseucht ist von den Bomben. Einfach mal reinhüpfen. Das ist so. Das ist die pure Natur. Das ist kein Chemiewaffenwasser da. Du bist auch bestimmt nicht an der Teststelle, wo sie vor 30 Jahren die Bomben abgeworfen haben. Ach was? Geh rein, hüpf rein. Das ist eine blaue Lagune, wie wir sie kennen aus Mallorca. Wenn man in Mallorca den Ausflug macht, Delfine gucken, auch wenn ich da keine Delfine sehe, ich bin an der blauen Lagune, draußen unten an einer Höhle. Das ist sie. Fritz, abfahrt. Badehose rein. Ab. Kann mir jemand erklären, warum dieses Wasser milde Bleiche, was ist das denn? Das ist doch komplett verseucht. Da schwimmt bestimmt der Penisfisch drin, der den in die Harnröde reinkauft. Vor einem Jahr in Schweden ausgesetzt und jetzt einfach auf der tropischen Insel. Ey, so krass diese Location, dieser Wasserfall. Das hier zu trinken, fühle ich gar nicht. Das muss, wenn dann, aufbereitet werden. Ja, klar. Dann bau doch kurz, Fritz. Also er hat wahrscheinlich jetzt schon im Kopf die Baupläne für eine Aufbereitungsstation, sechs Mitarbeiter, bis morgen Abend 18 Uhr. Aber wir haben somit auf jeden Fall schon mal eine erste Süßwasserquelle, beziehungsweise einen ganzen Bach, lokalisiert. Oh, was habe ich da entdeckt? Eine Palme. Und der geht hoch. Ein einzige. Und der geht hoch. Die ist aber locker 15, wenn nicht sogar 20 Meter hoch. Und der geht hoch. Voll mit geilen Kokosnüssen. Er hat's gemacht in seiner Insta-Story. Da komme ich aber nicht ran. Er hat's gemacht. Der macht das. Der kann's. Ich weiß, es gibt Techniken, da hochzukommen. Habe ich auch geübt und trainiert. Ja. Aber wenn ich da oben wegrutsche, bin ich halt einfach tot. So. Und jetzt, ich möchte mal einfach jetzt gerne so den typischen Backdeat-Survivor kurz zitieren. Hab dich doch mal nicht so. Hans, Jörg, der zu Hause sitzt, Alter, wirklich, mit der Brille auf, aus der 2 Liter Pfanne-Eistee-Tüte gerade trinken, sagt, Mensch, hab dich nicht so. Ich lauf jeden Tag 12 Stockwerke hoch, weil der Fahrstuhl nicht geht. Seit 6 Wochen. Und die erste Regel beim Sicherheitsbriefing, beim Medicbriefing war Don't do stupid things. Wasserquelle haben wir. Trash haben wir. Kokosnusspile mit jeder Menge. Kokosnüssen haben wir. Und wir haben auch Tierlosung. Aber wer auch nicht, sag dir, da geh ich mit meinen 160 Kilo aber easy für dich hoch ne Kokonaut runterholen. Natürlich, Hans-Jörg. Ich weiß doch. Ist das Essen bald fertig? Sieht für mich an, nach Omas Größe, vielleicht nach Ratte aus, ungefähr. Mehr Schweinchen. Oh, fuck. Luftpumpe. Auf jeden Fall noch kein Bereich, wo ich ein Lager aufschlagen will. Von daher ziehen wir weiter und merken uns das Ganze hier. Jetzt komme ich hier auf jeden Fall an einen Bereich, wo ich wieder nass werde. Oh, fuck. Jetzt geht's los. Ich komme da easy lang. Muss aber bedenken, dass eventuell bei Ebbe und Flut hier nicht mehr lang geht. Ich kann mir auf jeden Fall die Stelle mal merken und sehen, dass hier Wasser drauf kommt und dass wir jetzt ungefähr mittags haben. Felix, Alter. Felix. Ey, es ist völlig egal. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, okay, die Zeitversetzung zwischen Folge 1, Folge 2, der Aussetzung, dem seine Sachen sind so nass, die werden eh nie wieder trocken. Okay, okay. Strimmt überall Wasser über dem Boden. Seht ihr das? Und jetzt beobachtet, es fließt. Und es fließt irgendwo hier hinten raus. Da oben sehe ich schon kleine Krabben. Da tropft's. Es tropft. Yes, Leute. Es tropft aus dem Fels. Seht ihr das hier? Hier kommt Wasser, das direkt aus dem... Oh, Bruder, das ist sie doch, die echte Bad Kissinger Quelle, Alter. Wenn ihr mitfühlen wollt, dann müsst ihr zu Hause wirklich... Nein, das ist die Saskia Quelle von Lidl, ich schwöre dir, die echte. Da kommt euer Saskia Wasser von Lidl her. Ihr müsst zu Hause in dem Moment, wenn du siehst, dass der so drunter geht, wie so ein Wildschwein, dann musst du wirklich zu Hause das Saskia hinter die Binse knallen und denken, ich bin dabei. Am liebsten hätte ich, dass ich hier einen Knopf drücke und eure Stühle. Streaming 5D, Alter. So, und nochmal! Ich will, dass ihr 5D habt zu Hause. Macht damit. ...Fels tropft. Oh, das ist stark. Nicht gerade wenig. Und für mich, in meiner Theorie, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, es ist ein Riesenunterschied, ob ich aus einem fließenden Bach was aufnehme, wo, keine Ahnung, Tiere irgendwie reinscheißen, draus trinken und so weiter oder ob Wasser durch so komplette Gesteinsschichten gefiltert werden. Ihr kennt es, survivalmäßig, man kann Filter bauen, habt alle den Vorbereitungsvideos. Hans-Jürg, du Luftpumpe, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los, Hans-Jürg? Ganz viel, ich weiß noch, wie Martin mir, und der hat mir das mindestens 5 Mal gesagt, der hat immer ein Beispiel zu mir genannt. Also Survival-Martin aus der ersten Staffel war ja mein Trainer und der hat mir immer ein Beispiel genannt, der hat immer gesagt, Knossi, kommt da irgendwo Wasser getropft, du säufst das nicht. Einfach so, du gehst da nicht mit dem Mund drunter. Du machst das nicht, wenn oben ein Adler krepiert, auf irgendeinem Berg oder irgendein Drecksvieh, da irgendwie, gerade irgendwo seine Bazillen oder so, da reingeschissen hat, dann wirst du todsterbenskrank und ich hab mich einfach so gut es geht da dran gehalten. Weißt du, was ich meine? Weil, ey, ich weiß, wenn Survival-Martin sagt, mach das nicht, dann mach ich es nicht. Ihr habt es gesehen mit Kohle und hat es gesehen. Gefährlich einfach. Aber guckt euch einfach diesen Filter an, den brauchen wir nicht bauen, der ist einfach da von der Natur. Oben kommt das Wasser rein, durch diese ganzen Erdgesteinsschichten. Geil, das heißt, das erste Bauprojekt, Wasser auf Sammelstation, starten wir genau hier und dann gehen wir weiter erkunden und ich schätze mal in zwei, drei Stunden werden hier in den reagieren, Fritz. Ich sag dir das ganz ehrlich, ganz kurz. Nee, da muss ich leider ein bisschen mit meinen Survival-Kenntnissen auch dir mal ein bisschen sagen, nimm doch einfach eine Schnur, dockt die oben an, lass die in die Flasche rein und das Wasser kommt gedrungener in die Flasche, es geht schneller. Kleiner Tipp von King of the Jungle. Feier. Gut, die erste Wassersammelstation ist damit aufgebaut. Hier tropft es schön rein. Ja, aber das ist top. Du musst ja bloß sammeln. Hier ist fast ein Wasserhahn, der ist richtig geil. Ja, das ist perfekt. Das Wasser ist jetzt direkt aus dem Fels. Ja, aber das ist auch, also ohne Scheiß, da sind aber auch, das ist auch gefiltert durch sechs Atomknaller, Alter, die da oben drüber schön gelagert, nebeneinander liegen, schön gefiltert von denen. Einmal quer durch. Alter, das sieht aus wie reingejakst. Da vermischt, ey. Wenn jagst du rein, halber Liter schütteln, drei Tage, hast du das. So sieht das aus, sag ehrlich, Chad. Geerntet wurden, nicht abgekocht, nicht nochmal extra gefiltert oder irgendwas und ich werde jetzt einfach einen Schluck nehmen und dann mal abwarten, was in der nächsten halben Stunde passiert. Oh Gott. Oh mein Gott. Riechen? Gott sei Dank. Ich kann ja nichts erzählen, ich weiß ja nicht, was kommt. Schmeckt gut. Schmeckt richtig gut. Na dann. Schmeckt wie Bergquellwasser. Aber ihr habt es gesehen, ich habe wirklich jetzt, keine Ahnung, vielleicht einen Shot, wenn überhaupt, genommen und werde jetzt einfach mal abwarten, weiter erkunden. habe insgesamt zwei Flaschen Feuer, also ein Liter Wasser, den ich jetzt schon mal mithabe. Es wundert mich ein bisschen, dass die alle, also es ist mir bei keinem aufgefallen oder habe ich das irgendwie verpasst, dass keiner so einen arken Durst hatte wie ich, so einen extremen Durst, aber bei mir kam es auch von Überanstrengung, glaube ich. Ich erinnere mich an ein Durstgefühl, was ich nie hatte. Und habe hier quasi eine unendliche Wasserquelle, wenn das funktionieren sollte. Das wäre richtig geil. Aber Stück für Stück. Salzwasser, ja. Erstmal warten, was der Magen sagt. So, jetzt gehen wir mal hier weiter rein erkunden. Es sieht für mich so aus, als würde hier hinten vielleicht sogar ein Fluss münden. Das sieht nämlich ein bisschen nach Mangroven aus. Das ist übrigens dann genau das Gebiet der Krokodile. Das haben die mit Absicht gemacht. Safe. Der Michel Otto extra an irgendeinen komischen Mangrovenspot muss, oder Chad? Muss auch. Damit auch ja, dass Krokodil mal vorbeikommt. Ja! Wir wollen es sehen, oder Chad? Also auf der Seite, auf der ich hier bin, das ist abpackiert. Ich weiß ja nicht, wie tief das ist, was mich da erwartet. Es ist sehr braun. Da gehe ich aber nicht rein. Würde ich hier da reingehen? Ja. Scheiße. Vielleicht schlage ich mich dann doch eher hier oben mal in the nature rein, in den Dschungel. Und bauen wir oben im Dschungel ein Lager auf. Hier auf jeden Fall schon wieder supergeile Strippe. Boah. Boah, die ist eigentlich mega gut. Ich glaube, die nehme ich noch mit. Knossi und Sascha haben einfach einen Gegenstand für 30 Meter Paracord verschwendet. Und hier ist alles voll mit... Ah, du denkst auch, du bist es oder du Luftpumpe. Ich kann auch zurück Antwort geben. Ich darf. Ich war da selber dabei. Ich darf. Scheiße, direkt wieder so kommen. Alter, wie letztes Jahr in der ersten Staffel. Was wohl die anderen machen? Ich glaube, Fabio ist schon raus. Direkt wieder so kommen, ja? Sascha. Das Erste, was man denkt, ist so eine Schnur. Sascha und Knossi haben einfach einen Gegenstand verschwendet. Ich habe es alles hier. Nehmen Sie lieber nicht den Johannes. Nehmen Sie mich. Der Johannes weiß es sowieso nicht. Ich gehe gerne an die Tafel. Bildschirm kurz ausgegangen. Wir machen weiter. Übelst heftiger Schnur. Naja. Streber. Streber. Klassensprecher. Obacht, Obacht. Fokus bei der Umgebung. Ich sage euch eins, der Dschungel ist deutlich aktiver als Schweden. Schweden war ja tot, da war ja nichts los. Ja, das stimmt. Schlapp, ich gucke richtig. Da vorne ist eine Palme, eine ganz kleine. Komm. Bitte, bitte, bitte. Ich gönne nicht. Bitte. Ich gönne nicht. Fuck. Ja. Vielleicht anderer Seite. Schade. Ich gönne nicht. Oh mein Gott, das gibt es doch nicht. Bitte, 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 bitte. Die ist perfekt. Wie kann es sein, dass hier nichts dran ist? Wie kann es sein? Karma, Fritz. Karma. Karma. Schade. Schade. Hier ist nicht eine Kokosnuss dran. Oh nein. Zum Trinken. Oh. Was gibt es? Oh nein. Auge gemacht. Aber wir können uns die mal merken, weil wir hier raus eventuell ein geiles Dach für so ein Schilder bauen können. Ganz kurz. Ich wollte den Satz zu Ende führen. Warte mal ganz kurz. Ich habe einem was ganz anderes gesagt, als wie der Satz beginnt. Aber wir können uns die mal merken. Denn ich werde wahrscheinlich hier das halbe Jahr verbringen, weil ich Bock drauf habe und dann wachsen Frische. Ich habe kurz gedacht, dass Fritz irgend so eine Scheiße bringt. Also da sind Kokosnüsse dran, aber nur ganz, ganz kleine. Die sind vielleicht so groß wie, weiß ich nicht, nicht mal einen Apfel. Kann man nicht essen. Aber wir lieben ja die Herausforderung. Wir wollen, ich sage es euch ganz ehrlich, es wäre ja auch langweilig, wenn ich jetzt hier ankomme, da vorne Termiten lässt. Ich drehe durch. Es wäre ja auch langweilig, wenn ich hier ankomme, Kokosnüsse, babab trinken und jo, Shelter-Born fertig. Wir wollen ja ein bisschen die Herausforderung. Also weiter rein in die Mangroven. Ich sehe gleich zwei Augen vom Krokodil. Ich hebe es mir für später auf. Jori! Jovan! Jovan! Also, ich bin immer noch beim Versuch, Feuer zu machen. Mittlerweile habe ich ziemlich geilen Zunder gefunden. Aber, insgesamt, es klappt einfach nicht. Uah! Hinter mir war gerade ein Wal. Da hinten sieht man es noch. Da. Es ist so krass. Krass, 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 krass. Hier hinten, ein fucking Wal. Krank. Genau dort schwimmt er. Man sieht es nicht. Ich sehe ihn, ja. Bücher, Bücher, Bücher. Habt ihr den Wal gesehen? Da? Fuck. Da hinten steht er gerade. Ich sehe immer noch die Schwanzflosse. Genau hier. Da ist er. Boah! Nicht die Schwanzflosse, sondern die Rückenflosse natürlich. Krass. Das ist krass. Ich sage euch ehrlich. Krass, krass. Also, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich sowas erlebt habe oder sowas, aber ich glaube, dass dieser Moment sehr, sehr krass ist, ne? Also, dass man da lange drüber nachdenkt. Wann sieht man mal von einem Strand aus, sag ganz ehrlich, Chad, eine Wal oder mehrere Wale, Springen, Schwimmen und sowas, das kannst du ja nirgends erleben, ne? Nirgends. Das ist krass. Das ist unvergesslich. Also, ich sage es euch ganz ehrlich, ich kann es gerade nicht so richtig glauben. Hier zu sein, auf diese Ensel zu sein, ist eine Sache. Das ganze Klima. Wie der sich freut. Das Wetter, alles ist geil. Aber dann in der Ferne einfach eine Wahl zu haben, das ist halt, Alter. Guckt euch das. Da, da, da. Ich glaube, man hat es gesehen. Das sind zwei. Boah! Krass. Krass, krass, krass. Die schwimmen mit einem Pärchen rum. Wie ist das für euch? Könnt ihr dieses Gefühle überbringen? Kommen diese Gefühle, die die Leute da haben, bei euch an? Das ist... Alter, ich weiß genau, was der meint. Also, das ist unfassbar. Ach, wie genial. Guck mal, wie der sich mit dir freut. Ich habe sowas noch nie gesehen. Zwei neue Sachen, die sich mittlerweile ergeben haben. Zum einen habe ich Reptilienhaupt gefunden. Das heißt, irgendwo da oben treibt ein Leguan sein Unwesen. Oder ich gehe zumindest mal stark davon aus, dass es ein Leguan ist. Könnte vielleicht auch eine Schlange sein. Aber von der Schuppung her bin ich tatsächlich bei Leguan. und das Zweite, was mich... Ich schwöre es dir, weißt du, was ich gedacht hätte einfach, Alter? Hier war irgendjemand, hat wahrscheinlich seine Kleider geteilt und ein Fetzen von der Unterhose liegt hier noch rum. Bin ich tatsächlich bei Leguan. Und das Zweite, was mich wirklich ein bisschen, ja, nochmal hat erinnern lassen, wo ich hier gerade bin. Na ja, wir haben hier einen toten Igelfisch. Ja. Pardon, wie lange wird es denn da? Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn sie tot sind. Danke. Das hier könnte man super als Angelhaken verwenden, tatsächlich. Aber na ja, deswegen nur mit Schuhen rumlaufen und auch diese Flipflops sind halt einfach... Ja, das ist der Igelfisch. Das erkennt er sofort. Ist geil, dass die Leute da... Sind halt da echt so überrascht oder was? Sieht man doch, dass es der Igelfisch ist oder nicht? Nicht optimal. Für die Challenge habe ich aber natürlich auch schon die ein oder andere Idee. Die erste Idee, die ich bisher hatte und wahrscheinlich auch die beste ist, ist das Ding hier. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze umsetzen möchte, aber ich finde dieses Ding... Warte mal. Joris, ich habe den Rest davon daheim. Ich habe einfach den Rest davon daheim. So unglaublich geil und creepy, dass ich unbedingt was damit machen möchte. Dieses Ding nachts ans Schelter stellen, da kommt nichts. Keine Fliege, kein Moskito, gar nichts. Deswegen, ja, hier raus wird definitiv was gebastelt, aber jetzt geht es erstmal ans Feuermachen. Feuermachen immer noch meine höchste Priorität, nach wie vor, aber ich bekomme es einfach nicht geschissen. Deswegen heißt es für mich jetzt weiter Feuer sammeln. Holz sammeln und ich habe vorhin eine Glasflasche gesehen. eine klare Glasflasche und mit dieser möchte ich versuchen auch ein bisschen was hinzubekommen. Ja, vielleicht geht mir der Feuer ein bisschen einfacher, ich weiß es nicht. verstehe, natürlich. Er will dieses Glasauge-Technik machen, ne, mit der Sonne. Also, dass die, wie eine Kontaktlinse oder so und dann aber ey, warte mal, der hat doch, hat der doch einen Feuerstall dabei, was erzähle ich denn? Hier ist noch Restalkohol drin, ob man es glaubt oder nicht. Das ist zwar irgendwie, man riecht es nur noch, aber es ist da. Das ist eine, keine Ahnung, Gin, was weiß ich, eine Flasche. Flasche kenne ich doch. Al Burritos, Cadella Oro oder irgendwas steht da drauf. Das heißt, ich werde das hier jetzt mit normalem Trinkwasser füllen, also dem Trinkwasser dort hinten und mal schauen. Ich bin gespannt. Alkohol brennt, ja. Ganz geil werden. Sehr gut, sehr gute Idee. Mit dieser Flasche einfach an den Strand stellen, dann wird das UV desinfiziert und zeitgleich kann ich das erstmal als Lupe verwenden, um mein Feuer anzubekommen. Denn genau an der Feuerstelle ist gerade ein bisschen Sonne. Muss die Zeit das also nutzen und was Sinnvolles draus machen. Ey, aber er hat doch noch gar kein Haus. Er macht schon Sachen irgendwie oder will er nicht erstmal? Also, ich hab mir so im Kopf gedacht, ich muss ja jetzt erstmal irgendwo, ich will einfach wissen, wo ich dann irgendwann heute schlafe. Weißt du was? Wie mach ich's? So, das ist so das Erste, was ich so gedacht hab. Also, erstmal Durst gehabt und dann, dass man weiß, bevor es dunkel wird, weißt du was ich meine oder so? Das waren so die Gedanken, die ich hatte. Also, ich weiß es nicht, ob man sehen kann, aber in diesem Wasser sind beinahe keine Partikel. Das ist sehr, 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 sehr gut. Denn ich kann jetzt irgendwelche Plastikflaschen voll machen. Er will abkochen. Die in die Sonne stellen und hoffen, dass es morgen einigermaßen keimfrei ist. Und im Wasser sind, da hat er uns gerade gesehen. Bruder, ich schwöre, weißt du was ich gedacht hab, er findet ein Brunnen wie im Freizeitpark mit zwei Euro Stücke, Alter, voll. Einfach hier. Kennste? Wir alle laufen nur an diesem Brunnen vorbei und du denkst dir immer, Europa Park, guckst rein, Alter, zwei, vier, sechs, acht, zehn, rechnest hoch, 1200 Euro. Alter, und denkst dir, was machen die Ende des Jahres damit? Süßwasserschrimps. Geil. Was? Könnte morgen mein Abendessen werden. Haha. Zusammen mit Fisch. Äh, ja, gute, ausgewogene Mahlzeit, ne? Ich hab's Gefühl, ich war woanders. Die müssen mich irgendwie, keine Ahnung, wo ich war. Weiß ich nicht. Hab ich mir die Scheiße nur eingebildet? Hab ich das geträumt? War ich da? Also, Essen ist da, Trinken ist da und Unterkunft noch nicht. Unterkunft wird aber kommen, vielleicht heute Abend, vielleicht auch erst morgen. Ähm, mal schauen. Chris gönnt sich Alke-Koconaut-Jog. Grüße. Es ist noch nicht so eilig, ne? Aber, erst mal vorher machen. Immer noch. Sag mal, existier ich noch in der Show? Irgendwann gar nicht mehr. Ich will mich doch sehen, was ich da mach. Boah, okay, ey, okay, war klar, die bauen, die bauen. Ja, okay, krass. Ja, Bruder, Alter, was macht sie denn? Willst du dich verarschen? Was ist denn mit euch? Aber, ey, Sabrina, da kommt Wasser. Okay, das war ein Fail, weil die Schnur ist gerissen oder der Knoten, ich weiß es nicht. Ich mach das jetzt noch mal. Ey, da kommt Wasser hin. Ich bin gerade dabei, hier diese ganzen runterhängenden Liyan, naja, ist es ja nicht wirklich, auszutesten, aber die sind alle so trocken, die würden niemals irgendwas halten. Ja, auch hier diese dickeren. Auch hier diese dickeren. Das ist alles trocken. Danke, Max. Ey, ich hab wirklich die Befürchtung, wo die ihr Haus aufbaut, ähm, also ich weiß es nicht, also jeder, jeder, jeder Beach ist ja da anders, aber da, wo die ihr Haus aufbaut, sieht's für mich so aus, wie wenn da immer das Wasser irgendwann kommt. Und wenn das da einmal steht und die baut ja wirklich, äh, äh, die baut ja die Golden Gate Bridge, also die baut ja ein Empire State, dann weiß ich nicht, wie die das da rüber tragen will. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade dabei, hier das Ding abzusägen, weil ich diesen langen Stamm hier noch benötige für das Shelter. Ich merke aber, dass ich, ja, es ist ganz schön krass irgendwie, also mir ist jetzt schon ganz schön, also warm ist mir die ganze Zeit, aber ich bin auch kräftemäßig ganz schön am Ende und ich hab übel Zunger. Ich hoffe, das legt sich mit der Zeit. Weil ich glaube, heute krieg ich definitiv nix zu essen. Ich bin ja schon super dankbar und happy, dass ich überhaupt trinkend für heute habe. Ist auch selber für mich interessant zu sehen, was ihr so glaubt. Weißt du, was ich mein? Oh da, das ist jetzt einfach Sägeberg dabei. Wirklich krass. Boah, Alter. Okay, ich hab jetzt hier schon mal so eine Querverbindung gelegt. Was hat die vor? Wir alle kennen dieses Gerüst. Kennst du das? Weißt du, welches Gerüst das ist? Du läufst durch den Dschungel, einer im Baum und daran tragen die dich weg übers Feuer. Was hast du denn vor? Was soll denn das für ein Haus werden? Und der Plan ist es jetzt hier, noch weitere Querverbindungen zu machen. Vielen Dank für alle eure Subs, für die gegiften. Alter, vielen lieben Dank. Von Herzen, von ganzem Herzen. Ich versuche irgendwie mir hier was zurecht zu zimmern, dass ich heute Nacht hier einigermaßen vernünftig schlafen kann. Sie baut krass. Aber diese Konstruktion ist sowas von instabil und ich hab jetzt grad schon das Gefühl, dass ich irgendwie total Zeitdruck habe, dass ich halt mein Schlafsetup irgendwie fertig kriegen muss. Naja, aber man entscheidet sich, weißt du, der eine ist zufrieden im Wohnwagen und der andere will halt eben ein Familienhaus oder Doppelhaushälfte für zwei Familien bewohnbar. Eins brauch ich, in den anderen kann ja irgendwann jemand einziehen. Wenn du dich für das Zweite entscheidest, Sabrina. Und ich hab so Befürchtungen, dass du das auf Flutbett baust. Das ist hier, hier liegt doch Zeug rum, was angespült kommt. Sabrina, mach keinen Scheiß. Zuallererst hab ich mir grad einen Splitter in den Finger gehauen. Aber noch viel schlimmer ist das hier. Mein Problem ist nämlich, dass meine ganzen Stämme, die ich hier liegen habe, die sind nicht lang genug für diese Ridge Line. Und dann wollte ich die gerade irgendwie noch zusammenschieben, dass die dichter zusammen sind, dass ich nicht so einen breiten Abstand habe. Und dabei ist es mir zusammengekracht. Ich war nervös, Kuss. Dachte, jetzt guck ich. Otto, Alter. Okay. Tarzan, da ist er. Aus dem Dschungel. Ich schwör's euch, Folge, ich sehe, Folge 3. Seven in the Walls, das Intro läuft. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Und auf einmal Otto auf Nadiane. Willkommen! an einem neuen Tag im Dschungel! An der Liane, Alter. Es wird mich einfach nicht mehr wundern, wenn der bald irgendwie hier ein Band trägt. Ich find euch, ich such die Organisatoren, ich find euch alle, Magnosi in Schrecken einjagen. Von Liane zu Liane, mit der GoPro am Kopf. Mit Machete geöffnet, neben, Kloß, an Meer, im Dschungel, am Schwitzen. Scheißegal. Einen Dank für 300 Bits, mein Schatz. Er ist einfach, er ist es einfach, ne? Er ist ein echter Mann. Ist für mich ein echter Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es schmeckt, es riecht okay. Das ist ein echter Mann. Es schmeckt anders wie bei uns, die Kokesnüsse. Ich mir jetzt hier den Magen versaue, an Tag 1. Und ich hab mir echt noch eine Menge zu tun. Ganz schlecht. Was mich total freut bei Otto, sag mal ganz ehrlich, von den Rückenschmerzen gar keine Rede mehr, ne? Ey, überhaupt nicht. Und das war im Vorfeld ein Riesenthema. Der war fertig, was seinen Rücken angeht. Das hat mir so leid getan. Es ist so schön zu sehen, dass er keine Probleme mehr hat. Freut mich. Ah! Jetzt isst mir die Brücke aus. Fleisch schmeckt ganz normal. Eigentlich, wenn es schlecht sein soll, das Wasser müsste auch das Fleisch schlecht schmecken. So meine Theorie. Ich lieb die Show. Wer liebt die Show auch? Herz! Ich bin Huhn. Hat der immer noch die Schminke drauf? Ja klar, wir sind ja gerade erst angekommen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Gerade erst angekommen? Oder beziehungsweise trinken oder nicht trinken. Das ist ohne Ende drin. Kommt heute nichts? Hier ist eine Menge Zeug drin. Richtig viel. Es schmeckt aber einfach irgendwie komisch. Na und? Ich gehe am ersten Impuls. Mein erster Impuls sagt Ja. Ausschrocken. Ach komm. Ich werde es nicht trinken. Habt ihr auch das Gefühl, dass Seren and Wilds Staffel 2 einfach nur noch aus Jammerlappen besteht? Aber schaut mal bitte an, wie viel das ist. Ey! Achso! Okay, aber... Na, das sieht sehr... Sieht zu hell aus. Obwohl, nein, meins war auch... Einfach stutt. Immer wassrig, so. Es wäre einfach unfassbar viel. Und ich glaube, ich werde auch das Fleisch erstmal nicht weiter essen, weil das Wasser ganz komisch geschmeckt hat. Aber sieht gut aus. Lag die im Wasser? Ich habe jetzt hier lang den Fettel langen Bambus geschnappt. Und Ziel ist es, entweder die oder die. Naja, die für die oben reicht die Länge wahrscheinlich nicht. Am Strand, ja. Kokosnüsse da runterzuholen. Ja, ganz vergessen. Denn ich möchte Sicherheit haben, Wasser zu haben. Da oben runtergemacht mit meinem Kokosnuss-Ernter. That's the first one. Und in dem Moment ist auch für ein Otto vorbei. Ich schwöre es euch, wenn das passiert, wenn auf einmal... Ah! Dann ist es vorbei. Rauchgefühl sagt machbar. Super sieht die aus. Die haben wir getrunken, solche haben wir getrunken. Es schmeckt ein bisschen grün. Scheiße. Aber nicht so schlimm, als würde ich es nicht trinken. Und rein damit. hier geht es rein. Hey, warte mal ganz kurz. Hat da irgendwas geklopft? Ne, ne? Also jetzt kriege ich auch schon Warenverstärkung. Aber hört nochmal auf, das Klopfen. Wo kommt das her? Ach so, er sitzt auf dem Baum. So, hier geht es rein wie zu einem Fluss und da sind Mangroven. Komm, Junge. Ich bin echt noch jetzt zum Überlegen. Wasser habe ich sichergestellt. Was mache ich mit Schelter? Wo baue ich meinen Schelter auf? Und ich hätte echt nach wie vor immer noch... Servus, Kollege. Loha schreibt mir, danke der Helm, du süße Maus. Würdet ihr, jetzt habe ich mal eine Frage an euch, würdet ihr da reinspringen, um euch zu waschen? Es ist schon wirklich übel. Damit ich die Schuhe trocken kann, einfach. Irgendwie übel. Die übrigens mega sind, obwohl sie alt sind, weil das Wasser einfach da rausläuft. Aber ich hätte trotzdem einfach gern festes Schuhwerk und warmes Schuhwerk oder trockenes Schuhwerk abends. Ja, das versteht. Ich bin natürlich hier im Überlegen. Da sind die Magroven. Magroven, wohl gesagt, Krokodil. Wir haben zur Auswahl dis, dis, dis und dis. Ich würde mich für den entscheiden, für den Zunen, weil der Abrieb, weißt du was ich meine, und bist nicht sicher. In diese Drecksdinger, glaub mir, ich weiß wovon ich spreche, du bist in solche Scheißdinger nicht sicher. Nimm links den festen und nimm halt den jetzt, bis du was anderes willst. Aber die hier, die sind, also das ist zu vergoren, der Scheiß hier. Glaub mir, ich bin da. Ich bin vielleicht nicht der beste Schuhexperte. Wahrscheinlich nicht. Viermal rechts, einmal links. Schnurrgesparen zum Trocknen. Ich wasche die Klamotten mit Salz, äh, mit Süßwasser aus. Bin die Salzkristallen auf der Haut. Dann kommen die da hin und dann geht's hier schön auf Suche, wo wir halt den Shelter bauen. Geil, der scheißt sich nichts. Finde ich gut. Weißt du, was ich meine? Man denkt immer, so ein Kandidat, es gibt bestimmte, wie komm ich rüber, wie seh ich aus? Scheißegal. Das ist das, was ich liebe. Es muss dir scheißegal sein. Du bist da, 10 Millionen Menschen, scheiß doch drauf. Ich, ich lieb das. Ich lieb das, wenn man zu sich selbst steht, wenn einem das scheißegal ist, weil Otto ist einer von den Typen, den wird, den interessiert diese Oberflächlichkeit nicht. Und das ist heutzutage, wenn du die jungen Leute siehst, es gibt, denen ist nichts wichtiger, als den neuesten Schuh zu tragen oder weißt du was? Ich finde das geil. Ich finde das super, dass der zu sich steht, wie er ist. Der ist natürlich jetzt auch noch schön. Das kommt natürlich noch dazu. Aber, Alter, wirklich, ich finde das so, weißt du, was ich meine? Dieses Ganze, ich muss so oder ich, ich muss mich so nicht zeigen, macht Komplexe in anderen Menschen wieder. Und Komplexe sind einfach was Schlechtes, weil mit Komplexen lebst du wirklich nicht ausgeglichen und frei, weil du permanent das Gefühl hast, was könnte er oder die jetzt denken? So will doch keiner leben. So sehen wir aus hier. Ich habe eben schon das Spot gesehen, wo ich mir sage, Otto könnte passen für Nachtlager, aber etwas, was ich so noch gar nicht am Schirm gehabt habe. Bei Ihnen sieht es doch geil aus. Ich weiß nur nicht, ob gute Idee. We will see. Da ist es. Hier wäre halt, egal wie es regnet, alles sicher. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie Otto sich da reinzwängt, aber von mir brauchst du, ich kriege die Wampe da auf die zweieinhalb Quadratmeter nicht reingedrückt. Also da kannst du machen, was du willst. Ich komme da nicht rein. Irgendwann mal mit dem Gedankenspiel hier Feuer zu machen, wäre hier eine Feuerstelle. Entschuldigung. Hier kommt jetzt regendicht drin. Ich freue mich mit Shelter bauen, gar nichts. Das ist Stein. Ich weiß nicht, ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, hinzugehen und verschiedene Sachen zu bauen. Also hinzugehen und sagen, was auf, ich mache zwei Tage hier, zwei Tage woanders, zwei Tage woanders. Ja, würde bedeuten, immer wieder einen neuen Shelter aufbauen. Wäre geil. Aber wäre auch irgendwie cool. Ja. Gegebenheiten einstellen. Also klar, wäre der Shelterbau nie abgeschlossen, aber ja. Würde ich gerne sehen, oder? Naja, mal schauen. So. Ich lasse erstmal Sachen trocknen. Gucken, was ich mich irgendwie in den Schatten gleich hocke mit irgendwas. Das halbwegs bequem ist und dann geht's weiter. Absolute Ruhe. Keiner schreibt in den Chat. Jetzt kommt Papa. Jetzt kommen wir. Wir kommen. Wir kommen jetzt dran. Ruhe. Guck mal, wie ich bin. Ich rede in Wir-Form, weil ich bin für uns da. Jungs und Mädels natürlich auch. Nicht, dass das Gendern hier zu kurz kommt. Für Unsinnen bin ich hier heute. Langsam komme ich back ins Live. Aber ich werde meine Muskeln, ey, ihr denkt, ich verarsche euch, ne? Ich weiß es, wie viele tausend Leute da draußen sind und denken, ich bin Schauspieler. Da! Das war übel. Das war der Tod. Ich habe Angst, wieder in dieses Wasser überhaupt in die Nähe zu gehen. Kann ich euch jetzt an der Stelle sagen, das kann ich euch jetzt sagen, ich habe vor diesem Wasser extreme Angst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf Mallorca bin und denke, ich kann nicht ins Mittelmeer. Aber vor dies, ich glaube, dass ich eine Störung jetzt habe von diesem Wasser. Ich glaube, dass ich das hinkriege, aber ich muss nicht mehr. Und ich war früher geil bei uns ins Kuppermara, nach Kuppenheim zu gehen, ins Wellenbad. Ich brauche die Scheiße nicht mehr. Ich hätte das letztes Jahr noch gemacht, ich brauche es nicht mehr. Ich habe da wirklich Meereswasser, da gehe ich doch lieber in den Pool rein. Diese Wellen, das ist unvorstellbar. Scheiß drauf. Der Mensch kann alles, wenn er will. Oh, Alter, das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Da merke ich es mir an, ich schwöre es dir, da habe ich es genossen. Dass ich diese Film-Moments erlebe, dass ich einfach verdammt nochmal Tom Cruise bin oder wie der heißt Tom Hanks. Ich sehe es, dass ich mir jetzt in dem Moment bewusst werde, ich kriege gerade einen Kick. Ich kriege einen Kick, ich kenne mich. Mir wird klar, das ist es jetzt. Jetzt geht die Scheiße los. Ich sehe die Freude in mir an. Ich merke es auf einmal wieder. Das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Ich erzähle euch jetzt, wie ich sehe erst mal das hier. What the fuck? Ist das was zum Soffen? Dann mache ich die Flasche da voll. Und dann werde ich nochmal, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier eine Kokosnüsse, eine Hängematte aufspannen soll, weil hier oben auch einfach Kokosnüsse sind, die mir aufs Maul fliegen können, werde ich nochmal am Beach gehen. Überblick verschaffen, aber ich habe Brand ohne Ende. Ich habe alles am Mann, meinen Beutel dabei. Das hier ist notfalls das größte Plastikbett der Welt. Gar keine Priorität, mir eine Hängematte gerade aufzuspannen. Nur Durst. Alles geschissen, Alter. Glaubt es mir. Mir war alles scheißegal. Was soll mich jetzt noch kicken? Dings raus, füllen. Stinkt mutrig. Stell fort, Moves. Habe ich das doch gemacht? Das kann man saufen. Martin hat gesagt, du sollst... Habe ich das doch gemacht? Ey, okay, Leute. Aber ey, müsst ihr auch verstehen. Ich weiß, Martin, du hast mir das verboten. Es tut mir leid. Dass ich da angefangen habe, einfach das Wasser, was irgendwo irgendwelche Rinnensaale runtertropft, einfach so zu saufen. Die anderen haben es jetzt auch gemacht. Ich weiß noch, wahrscheinlich habe ich gedacht, das ist ja keine Erhöhung, da kann kein Adler gestorben sein. Wo denn auch? Wo soll der gestorben sein? Das kommt ja hier durch die Steine gebrettert. Kann ja nichts passieren. Das geht. Ey, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht genau, was Salzwasser ist, ne? Das ist Süßwasser. Ich mache voll. Ich mache einfach Trinkflasche voll, okay? Das ist es. Scheiß drauf. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser, auch wenn ich im Dreck... Oh, Glasscherben. Oh nein, Alter. Ey. Fällst du einmal dumm und ich habe so Angst gehabt, dass ich einmal dumm falle oder in was reintrete, kommst du mit dem Kopf dumm auf, dann bist du weg, dann kannst du drücken. Und wir haben gelernt in der Vorbereitung, bei Kopfverletzung sollten wir über unseren Sender schicken, wir sollten unseren Namen schreiben, wie soll man das noch hinkriegen, wie alt wir sind und unsere Adresse, damit die sehen, ob wir noch klar sind. Weißt du, was ich meine? Bevor wir den roten Knopf drücken, damit die einschätzen können. So, total, total... Wenn ich mit dem Kopf... und ich hatte permanent Angst, dass ich auf die Fresse fliege. Und ich wollte einfach echt die Sachen ruhig angehen. Ich erinnere mich nicht an die Situation, aber Glasscherben sind so ziemlich das Letzte, in was du treten willst. Oder? Sind wir uns einig, ne? Lebensgefährlich. Da ist nicht viel zu... Ich muss da rumkrüppeln. Klettern. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute schlafen soll. Ich habe eine Hängematte, aber hey, Jungs, wo aufhängen? Zu gefährlich. Aber Kokosüsse sind da. Oh nein. Wasser kommt vom Baum. Flaschen sind da. Kanisters sind da. Ich glaube, I can live in forever. Ich habe so... Mit dem Scheiß... Was redest du denn? Du bist nicht der Survivor vom Discovery Channel, Alter. I can live in forever, Alter. Lass doch den Müll. Alter, ich habe die ganze Scheiße Ed Stafford-Scheiße komplett reingezogen mit deutschen Intertiteln. Bruder. Ich habe halt wirklich... Mich hat das so gepusht, wahrscheinlich. Ich sehe das schon. Ich habe so oft an diesem Tag an Ed Stafford gedacht. Der hat mir so viel Kraft gegeben, ohne dass der das davon weiß. Ich liege da halb tot, denke mir, Ed Stafford wird es auch können. Ich habe das den ganzen Tag gedacht. Dann fange ich an, jetzt so englische Sätze rauszuknappen. Das passt gar nicht. Aber das hat mir geholfen anscheinend. So viel Müll hier. Ich sehe Dinge, die ich als Kissen nutzen kann. Oh, ich werde den Müll wühlen hier. Das ist krass. Oh Mann, so viele Schuhe. So viele Schuhe. Ich mache einen Schuhladen auf. Second Hand. Der Grail ist voll. Mir fehlt dann jetzt durch. Ja, besser geht das jetzt nicht. Seid froh, ihr seid dabei. Das Krasse ist, Seid froh. Seid froh. Ihr seid dabei. Ah, aber was ist mit dir, Alter? Seid froh, ihr seid dabei. Oder seid doch froh, Mann. Wo ist die Dankbarkeit? Hier auf der GoPro. Nicht mal, ich schwöre, es ist GoPro 8. Du hast nicht mal einen Bildschirm, in dem du dich siehst, ging mir echt auf den Sack. Ich kann es an der Stelle sagen, scheiß GoPro 8, bis ich die Kamera zwischen dem Müll platziert habe. Weißt du, meinst du, wie schwierig das war? Die GoPro 8 ist nämlich die alte. Das hier ist die GoPro 10. Die hat vorne einen Bildschirm, da kannst du ungefähr abschätzen, wenn du die vorne hinschätzt, wo du bist. Aber nein, die geben eine GoPro 8 mit. Weil man hat gute Erfahrungen bei der letzten Staffel. Weißt du, was bei der GoPro 8 ist? Du platzierst die im Müll, musst dich da den Müll legen, weil die ist ja unten im Müll drin, und hinten drauf gucken, wo das Bild hingeht. Und dann überlegst du dir zweimal, nehme ich das jetzt auf oder nicht? Nehme ich das auf? Du, du hast ja fast den Knick gebrochen. Weil die scheiß GoPro 10 nicht gönnen. Mit verdammtem Frontdisplay. Und da kriegst du, ich schweiß dir, da sitzt du dann da und denkst, Johannes, ich schweiß dir. Komm, du sitzt dann da. Erstmal fast abgesoffen, dann die Scheiße. Dann denkst du dir, Alter, wäre das meine Produktion? Also an den 500 Euro spare ich jetzt nicht mehr bei einer Produktion, die irgendwie in die Millionen geht. Wir haben den Filter nicht einmal mehr getestet, ne, Martin? Wir haben neuen Filter drauf geschraubt. Ich rede mit Martin. Als ob er da ist. Und das war's. Sieht sauber aus. Akku von der GoPro war leer. Ich habe eine Flasche mir komplett reingezogen. Wir sollten den Handschuh nicht verlieren. Den werde ich tragen. Ich will auch meine Kleider einmal sauber machen. Ich überlege, wo ich die aufhänge. Ich bin da. Dann muss ich unbedingt einmal die Gegend erkunden. Wo ich bin. Wo mein Lagerplatz ist. Hier ist eben ein fucking Flut. Bruder, du bist nicht Bear Gryll, Alter. Lass es. Lass den Scheiß, Alter. Ich kann, ich schaffe es, mich zu, wirklich, das ist so eine Eigenschaft von mir, mich in andere Charaktere hinein zu versetzen und zu meinen, Alter, ich bin der irgendwie jetzt. So, das hatte ich schon als Kind. Wisst ihr, was ich meine? Da wollte ich ein Ghostbuster sein. Wer war der, der Slimer gefangen hat? Ich war's. Im Millennium Buildmore, Alter, in New York. Ey, das ist so krass, das zu sehen, diese Insel zu sehen. Ich kenne diese Scheiße, ich kenne den Stein hier. Das ist Georg. Ich kenne den, wirklich, hier oben ist Pascal. Ich kenne die alle, die jeden, ich kenne sie alle. Der kotzt mich, er hat immer schlechte Laune morgens hier. Der Fritz, hier oben, jeden Tag schlechte Laune. Er fängt da an zu wehen mit seinen Scheißblättern. Ich habe schlechte Laune. Dann das Meeresrauschen. Scheiß Maul! Wo mein Lagerplatz ist, hier ist eben fucking Flut. Na, da ist nichts. Das ist auf gar keinen Fall interessant. Rechts die Felsen, ich glaube, das ist auch kein Platz für mich, um mich wohlzufühlen. Da kommt Flut rein. Hier kommt auch, glaube ich, nichts in Frage. Da kommt die Flut, aber das war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Ich dachte, das hier, glaubt's mir, ich habe nicht gedacht, dass das hier jemals unter Wasser steht. Ich habe nicht so weit gedacht, dass da oben, dass der Müll da, ich dachte, der Müll fliegt da hin oder was? Oder der Wind hat da hingeweht irgendwann? keine Ahnung, oder vielleicht war mal hoher Wellengang, aber das ist, dass das jeden Tag mehrfach ist, das habe ich halt, habe ich nicht bewusst. Deswegen, ich laufe da rum mit dem Wissen, das hier alles, das ist hier immer so der Beach. Ich werde da oben rein müssen irgendwo. Ich habe keine Ahnung, was das ist, zwischen den Steinen. Das ist alles Süßwasser. Ich habe mich gefreut. Was soll ich euch sagen? Ich habe mich einfach gefreut. Das ist alles Süßwasser. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob es auf dieser Insel heute fett geregnet hat. Aber das ist die fucking Beach National Champion. Was? Ich echt schwöre es euch, das ist es. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Lasst uns jetzt, wird ja keine Flut kommen so schnell, oder? Ja. Fühlt sich nicht so an, wie wenn das heute noch weiter steigt. Treibholz kommt. Dich brauche ich. Come on over. Aber so ein dumpfes Gefühl, weil ich in dem Wasser fast ersoffen werde. Also ihr glaubt es nicht, aber das war eine Nahtoderfahrung. Ich konnte auch während des, ich bin auf dem Rücken. Es ging nicht mehr. Es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht wie viele Minuten. Oh, ein gutes Zeichen. Ich muss schon aufstoßen vom Wasser. Ich bin langsam dehydrated. Alter, super, super, super. Fuck it, du Schambio! Eine Zecke im Gesicht? Ne, ne, ich habe gesehen, aber irgendwie habe ich hier Dreck. Oder was? Weil ich glaube, wahrscheinlich lag ich auch so im Dreck und habe da geschlafen, ne? Erstmal. Ich war wahrscheinlich wirklich weg. ...gebraucht habe. Guck dir diese Wellen an. Guck dir an. Wie dieses Treibholz. Ey, könnt ihr euch diese Kraft... Oh, 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 oh. Das werden wir schaffen. Da wird ja wohl nicht bis nach oben kommen so schnell, oder? Guck dir an, wie dieses Treibholz hier einfach hochgeschleppt wird. Ja. Aber es ist nicht bewegbar für einen Menschen wie mich. Siehst du? Nein, nein, nein. Aber ich weiß nicht. Wir machen doch noch keinen Beach-Rundgang. Ich fülle mir nochmal eine Flasche auf. Mach das. Komm. Zum Wohl. Ich habe keine Ahnung von dem Lagerplatz hier. Es ist alles scheiße. Am besten fällt mir jetzt noch eine von den Kokosnüssen aufs Kleinirn. Dann ist alles vorbei. Dann Code Red Helikopter-Einsatz. Hier liegt ein riesen Bambusrohr. Krass, was mache ich denn damit? Dutscheridu. Buh. Kann man machen. Kann nur ich das natürlich nicht. Ich gehe hier wirklich slow down. Jeden Schritt, den ich mache. Auch was Wasser betrifft. Hier liegen Stachelrochen drinnen. Trittst du drauf, haut er dir deinen Schwanz ins Bein. Muss ich nicht haben. Ja, ja, Alter. Ey, es ist no joke. Also, ich sage euch ganz ehrlich. Wer will das? Weißt du, was ich meine? Wenn dir ein Abend vorher Tom McElroy, McDonald's, dir auf einmal sagt, das war, wir haben Bilder gezeigt gekriegt, von wie diese Rochen aussehen. Wir alle kennen sie. Ich war auf dem Malediven. Ich habe Stachelrochen gefüttert. Vorne. Die kamen jeden Tag. Ich habe die gefüttert. Aber mit Anweisung. Von einem Ranger da. Also von so einem Mitarbeiter. Und ich sage euch ganz ehrlich. Wenn du so einen Schwanz mal gesehen hast. Ich sehe dann so zwei Russentouristen. Vergesse ich nie. Auf dem Malediven. Die sehen so Fütterung vorbei. Die kommen runter. Sie, weißt du, voll im Gucci-Montur. Er im Louis Vuitton. Komm runter. Sie, ah! Und er, Handy, Handy. Sie geht rein. Stachelrochen. Sie will ihn am Schwanz packen. Ich sage, sag mal, ist die bescheuert? Ich sage zu dem, ey, Ali, geh mal Kuki-Luki. Und er sagt, oh, no, 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 no. Wenn du, und dann, ich kannte das Tier schon. Und wenn du dann gezeigt bekommst und er sagt dir, Tom McIlroy, McDonalds, sagt dir, no joke, dass er, er macht diese Trips, Wild Survival heißen diese Trips, heißt seine Firma und er macht diese Trips häufiger mit Leuten, die, das kann man bei ihm buchen auch, ähnlich wie bei Wanderboot, und sagt dann, last week ist es, es ist passiert. Letzte Woche ist es passiert. Gerade angekommen, springen vom Boot, wollen zur Insel und Schwanz ins Bein. Und dann steckt das Ding drin. Das hat wiederhacken, das steckt drin, ist der Trips gelaufen, kannst du ins Krankenhaus, ist Ende. Und man macht sich dann natürlich die Sorgen und die Gedanken, wenn du diese Bilder von den Briefings am letzten Tag, das 12 Stunden ging, gefühlt im Kopf hast von allen giftigen Früchten und dem ganzen Scheiß. Könnt ihr das nachvollziehen? Auch was Wasser betrifft, hier liegen Stachelrochen drin, trittst du drauf, haut er dir dein Schwanz ins Bein. Muss ich nicht haben. Ich werde so große Kletterdinger, werde ich nicht machen. Jeder Schritt, genauestens überlegt. Ich habe nur Angst, dass das Wasser höher geht. Und dann muss ich meine Sachen noch waschen. Aber eine Lagerstätte wäre echt ganz geil. Ich traue mich auch nicht, jetzt da direkt rein zu laufen. Aber werde ich wohl machen müssen. Okay, keine Ahnung. Ich habe meine Sachen noch nicht gewaschen. Das andere Zeug liegt da drüben. Mal einer sagen, ich bin nicht hygienisch. Ich bin auf der Suche nach einer schönen AEG-Waschmaschine. Gerade, falls ihr euch das fragt, was ich da mache. Wie warm war es dort? Gute Frage. Also das war, das war, das war, wie soll ich das erklären? Nass warm. Also das kann man, wer noch nie irgendwo in Tropen war, das ist sehr feucht warm. Also du hast permanent das Gefühl, du bist nass. Immer nass. Schwül, schwül ist der richtige Ausdruck. Schwül, feucht, aber warm, aber es wird nichts trocken, so richtig. Keine Ahnung. Ich habe meine Sachen noch nicht gewaschen. Das andere Zeug liegt da drüben, auf dieser, ich habe sie irgendwo in Sicherheit gebracht, erst mal höher. Ich sehe da oben so eine Lichtung. Ich bin klar wieder. Also was heißt Lichtung? Aber das sieht ganz geil aus. Nee. Ihr seht, hier unten ist der Beach. Lass! Geht nicht. Coconut Palme. Keine Chance, dass ich da meine Hängematte aufhänge. Du bist ja erschlagen. Ich kletter jetzt mal da hoch. Nee. Ich gucke mir das mal da oben an. Sieht nice aus. Vielleicht ist da oben, weil wenn ich mir das Blätter nachher angucke, egal, hilft nichts. Wir gehen einfach gemeinsam hoch. Oh nee, Alter. Okay. Rutsch ich wie Sau. Hör mal in Angst, sich was zu tun. Ich will mir nichts brechen. Aber, wie geil wäre es. Ist halt jeden Tag kraxeln. Das ist ein Problem. Es ist jeden Tag der Todesritt hier runter. Egal. Stell dir mal vor, da hat es doch geregnet, Alter. Das war eine Steigung da. Die war schon so, Alter. Das war schon so. In nasse Schuhe, Alter. Wir gucken. Boah, das hier oben, das ist doch nett. Oder? Nee. Und dann bist du auch ein bisschen... Oh, shit, Alter. Nee. Doch dumm. Ich sehe wirklich aus, Alter. Echt, ich wirke wie 75, Alter. Also wie 75? Was ist denn das für ein Gesicht? Von den Gezeiten geschützt, dachte ich. Wir gucken einfach mal. Den Spot hier oben ist halt nicht die beste View. Alter, ja, das ist Krokodil. Oh, scheiße. Wie komme ich denn da wieder runter? Doch nicht so intelligenter. Aber hier ist halt so schön geschützt. Aber ich finde irgendwie nicht die geeigneten Bäume. Obwohl, die beiden hier... Oh, nee. Oh, mein Gott, das ist der Todesapfel. Oh, Gott, das ist der Paradies... Guck in die Hand, die Drecksaule über mir. Ich gucke über mir. Ich weiß doch genau den Moment. Ich so, oh, schön. Und dann erinnere ich mich, ich erinnere mich so ein bisschen, dass diese Äste... Tom McDonald hat uns alle Äste und Verzweigungen gezeigt. Und ich sehe so, genau so diese Verzweigungen, diese komischen, ganz ekelhaften Verzweigungen, wie in diesen Märchenfilmen. Dann sollen wir hochgucken. Ich gucke hoch. Über mir hunderte von die Bälle. Hunderte Paradiesäpfel. Ich gucke da hoch, Alter. Ich denke mir, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Der hat gesagt, weg, weg, weg. Wenn du diese Baum... Weg, weg, weg. You go weg. Ich denke mir, das kann nicht sein. Und ey, wie gerade an meinem Spot einfach ein, wirklich, der große Märchenbaum, wie eine Fata Morgana. Und es ist der giftigste Baum aus, wie heißt die? Schneewittchen. Ist das einfach? Ist das einfach der Schneewittchenbaum? Das war wirklich krank. Das Gefühl vergesse ich nicht. Das Gefühl, diesen Baum zu sehen. Ich kannte ihn nur von Bildern. So, bist du so süß? Das war so unfassbar. Gott, da sind sie. Beiß da rein and it's all over, baby. Ist alles vorbei? Oh, nee. Oh, mein Gott. Das ist der Todesapfel. Oh, Gott. Das ist der Paradiesapfel. Schnell wieder weg. Das ist der Paradiesapfel. No joke. Isst du den, bist du tot. Regnet es da oben drauf und du kriegst das Wasser ab und es hat die Rinde oder die Äpfel berührt. Ätzt es dir durch die Haut. Wir gehen wieder runter. Ihr denkt Spaß? Das ist kein Joke. Das ist der Paradiesapfel. Oh, Mann, Alter. Ich hätte einfach die Hänge gemacht. Ich hätte es einfach da aufgehangen. Du bist sofort tot, wenn du diese Frucht isst. Bist du sofort tot. Wenn du die Rinde berührst, frisst sie sich in deine Haut. Glaubst du nicht? Kugel. Ihr wisst selber, das ist kein Spaß. Es ist einfach kein Spaß. Selbst wenn ich da oben nochmal hingehe, es gibt keine Rausmöglichkeit. Es gibt keine Rausmöglichkeit. Ich bin da im Absoluten, da ist nichts. Und ich werde mich hüten, dass ich da, ich kletter da nicht durch die Bäume. Ich kletter nicht durch die Bäume durch. Er hat gesagt, nicht den Baum berühren und das mache ich auch. Und warum gebe ich euch so eine Expertise und warum Sascha wahrscheinlich auch über die Krokodile? Weil wir nicht wussten. Wir wussten nicht von, da kommt Making of und ihr kriegt das alles erklärt. Ich dachte, ich muss euch das mitteilen einfach, dass das, das war, warum ich da jetzt abhau. Das versucht man dann zu erklären, weil man ja nicht weiß, dass ihr schon auf dem Informationsstand seid. Und ich erinnere mich, Martin hat zu mir gesagt, findest du was, mach erst den. Reib die Frucht hier dran. Dann bist du, dann, 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 einen Tag später wird, klappt da runter. Das Ende. Da wirst du, ist, ist weggefressen. Friste sich in deine Haut. Glaubst du nicht? Kugel. Ich habe wirklich diesen Apfelbaum hier. Bist du Depper. Wir gehen wieder runter. Let's go. Sascha hat mich angesteckt. Lebensgefährlich. Ich habe aber auch nur Scheiße im Kopf. Grüße Mutter Michaela. Am besten. Okay. Egal. Ich merke mich, wenn ich unten angekommen bin. Langer Weg. Muss man jetzt auch nicht mit angucken, wenn ich hier wie ein Rentner mir die Haxen briche. Ich bin so gefreut. Wilson. Den nehmen wir mit. Einfach Wilson. Oder du bist es wirklich. Es ist wirklich wie im Film. Ich sehe diesen Ball aufgepumpt. Ich gucke. Das gibt es nicht. Da liegt dieser Ball aufgepumpt. Er ist aufgepumpt. Wie im Film FedEx. Oder was das Ding zustellt. Er liegt da. Er ist einfach aufgepumpt. Er ist da. Er ist intakt. Das hat mich so gefreut. Einfach ein intaktes Objekt zu finden. Was lebt so. Weißt du was ich meine? Was irgendwie eine Seele noch hat. Es lebt noch. Es ist nicht einfach Müll. Es ist benutzt so. Du siehst. Wahrscheinlich haben Kinder damit gespielt. Die werden wahrscheinlich irgendwo in Mexiko. Weißt du. Damit hin und her am Beach gespielt haben. Irgendwie Eric gegen Juan. Alter. Die haben ein Duell gehabt. Das Ding hat eine Geschichte zu erzählen. Das hat mich so gefreut. Was intakt ist so viel. Guck dir meine Augen an. Alter. Wirklich. Die Liebe of my life. Da ist sie. Guck dir meine Augen an. Dankbar. Wirklich krank. Immer mit. Einfach Wilson. Oder du bist es wirklich. Krass. Einfach ein Ball. Ey. Und er hatte wirklich den ledrigen Geruch. Also der hat wirklich wie ein Ball gerochen. Also wie ein Lederball. Ja. Es ist wirklich. Jetzt weiß ich, wie Tom Hanks sich fühlt. Es ist wirklich einfach Wilson hier. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Hä? Hä? Wie bist du denn? Kommst du mal an. Wilson? Wilson? Du bist es. Wilson? Ey. Erzählt mir keinen Scheiß. Aber mein Puppenteil. Hat Jogi den Rest von der Puppe? Ihr werdet lachen. Aber ich habe die Puppe zu Hause. Ich habe die zu Hause. Ich habe die. Ich habe die mit. Ich habe die mit. Guck mal. Dass da irgendwas rein musste. Vielleicht ist hier zum Drücken. Dass die was konnte. Und ein Kopf. Du bist es. Wilson. Krass. Krass. Was hier rumliegt. Hey. Ganz ehrlich. Das ist hier halt wirklich wie bei The Beach. Wie Leonardo DiCaprio. Ich finde diesen Spot hier eigentlich perfekt. Ich habe halt nur einfach nicht die richtigen Bäume gerade. Um das festzumachen. Ich finde den Baum sehr geeignet. Ich finde aber den auch geeignet. Problem ist, dass da der andere Kokosnüsse hat. Schade, dass es kein großes Blätterdach ist. Aber hier habe ich halt alles. Ich habe hier Kokosnüsse. Ich habe da irgendwie auch wieder Tümpelwasser. Ich habe da unten einfach Wasser. Ich hätte alles da. Ich kann da hinten nicht durch. Also es ist komplett. Es ist komplett. Du kommst nicht durch. Ich komme nicht ins Hinterland. Zu dem Apfelparadiesapfelbaum gehe ich auf gar keinen Fall. Wenn dann vielleicht. Ich wüsste nicht mal, wie ich hier durchkomme. So durch den Dschungel. Mit meinem Buttermesser. Ich schwöre. Es ist wirklich so. Ich kann es euch ja jetzt nicht aufzeichnen. Aber mein Beach ist so. Traumhaft schön. Also wirklich traumhaft schön. An jeder Kokosnusspalme in unendlich großer Höhe hängen extrem viele Kokosnüsse. Das hört sich alles sehr toll an. Aber du hast permanent Angst, erschlagen zu werden. Und dann gucke ich. Ich versuche ja. Ich bin alles abgegangen. Es gab kein Entrinnen von meinem Spot. Es gibt kein Entrinnen. Ich kann da nirgends raus. So. Und ich habe. Es ist so. Du bist unten. Ihr kennt die Steine und den Müll. Und dann kann ich einen Weg hoch. Und zwar auf die fünf Quadratmeter, auf denen ich da bin in diesem Dschungelnest. Das ist das Dschungelnest. Das ist alles. Jedes Mal, wenn ich da an dem Tag hochgekommen habe, habe ich mir fast gesagt, ich breche mir alles. Ich fliehe aufs Maul. Jedes Mal. Weil diese Tropfen auch da unten drin sind. Es ist alles so. Es gibt keinen geteerten Boden. Keine Ahnung, was hier drin lebt. Vielleicht Krebser. Also ich komme aus zivilisierten Verhältnissen. Keine Ahnung. Daher kommt die Baumfuchtel da durch. Hör auf. Was sind denn das für Löcher? Ich habe wirklich echt lucky lucky. Muss man echt sagen. Es liegt nur an mir. Willenskraft. Wie Wolf. Was? Ey, ihr handelt anders. Wenn ihr, wenn ihr denkt. Boys, Alter. Ich baue in mir gerade in diesem Moment ein verdammtes Mindset auf. Aber komplett. Willenskraft wie Wolf. Wie ein Wolf. Willenskraft. Warte nochmal. Muss man, muss man echt sagen. Es liegt nur an mir. Willenskraft wie Wolf. Wie ein Wolf. Willenskraft. Mr. Crab. Mr. Crab. Where you go? Where you go? Ich dachte, der spricht Englisch vielleicht. Weiß ja nicht. Weiß ja nicht genau, was hier die Amtssprache ist auf der Insel. Wir sind dann immer berufen auf Ed Stafford. Der weiß es. Der macht es ja auch so. Crab. Ihr versteht es nicht. Aber du bist da einfach mit einer GoPro. Dir ist alles scheißegal. Du denkst dich an einen Ausstrang. Du redest, wie du bist. Es ist dir scheißegal. Du haust einfach raus. Weißt du. Es ist dir scheißegal. Es gibt wahrscheinlich auch genauso Momente, die genauso stattfinden, ohne dass ich die Kamera filme. Where you go? Where you go? Ständig redet man mit sich. Aber die einfach mit der... Ey. Aber ja, guck mal. Ich habe ja selber Landeinsiedler-Krebse zu Hause. Normalerweise, wenn du so machst, kommen sie raus. Normalerweise, wenn du so machst, kommen sie raus. Wow, ich kann einfach Krebse mit der Hand fangen. Ey, ich weiß. Freunde. Ich ziehe das nicht in Betracht. Wer hat kurz gedacht, ich hause mir einfach jetzt in Rachen? Ey, ich weiß. Freunde. Ich ziehe das nicht in Betracht, dass ich sowas esse. Überhaupt nicht. Aber wenn... Mein Ziel ist auf jeden Fall, auf dieser Insel einen Fisch zu fangen. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Ich meine, guck mal da raus. Kannst du dir das vorstellen? Aktuell? Nein. Werber ein schönes Ziel. Und diese Tiere wären natürlich ideale Köder. Aber aktuell könnte ich das nicht machen. Ich könnte es. Ich habe selber solche Landeinsiedler-Krebs. Also, es sind keine Landeinsiedler-Krebs hier. Ich könnte das nicht machen. Keine Mann. Ich kann das nicht machen. Ich kann kein Tier tot machen. Ne, das geht nicht. Ich habe gestern wieder eine Giftspinne bei mir unten aus dem Gästezimmer raus. Ihr habt es vielleicht in der Insta-Story gesehen. Wer hat meine Insta-Story gesehen? Ganz übles Ding. Auch wieder verfasster Teller groß. Das ist nicht normal. Es war wieder eine Nautadrostfra. Oder wie die heißt? Nattestafu. Wie heißen die? Nostephanu. Irgendwie so eine Giftspinne. Da ist jetzt wieder ein Artikel in der Bild-Zeitung auch gewesen, dass das Ding jetzt sich noch mehr ausgebreitet hat. Diese Giftspinne ist jetzt auch im Norden mittlerweile. Die ist hier, also bei mir in Baden-Württemberg, hier ist alles voll. Oder ein Wasserschwein kam endlich an. Das erste Mal auf Mallorca die Handtücher auf die Liege geschmissen. Happy. Das erste Mal ohne Mama und Papa. Nach dem Projekt Bauer sucht Frau ziehe ich wahrscheinlich jetzt dann auch endlich mal aus. Stell dir mal vor, wirklich. Stell dir mal wirklich vor, da hinten kommt jetzt ein Boot an. Was ist denn das für einer? Was macht denn der da? Stell dir nur mal vor. Stell dir nur mal vor. Welcome to the island! Sick! Bruder. Ich glaube doch nicht so gut rein zu gehen, ne? Noch ein bisschen waschen. Das war für mich dann gewaschen, ja. Das war für mich gewaschen. So. Ja, nicht mehr rein. Kommen wir zu meinem Lifehack. Okay, letztes Mal habe ich euch noch gesagt, wollte ich euch, ja jetzt wird es aufgeklärt, warum ich auch, warum es noch schwerer zu schwimmen war. Da habe ich viele Modelle bestellt und ausprobiert. Und glaubt mir, ich habe die Modelle, ich habe nachher nicht entschieden nach Schönheit. War mir scheißegal. Sondern ich wollte was, was, ah, Baumwolle ist. Lifehack. Das ist kein Lifehack. Aber ich habe eine lange Unterhose. Hahaha. Eine lange Unterhose. Eine lange Unterhose. Warum? Ich dachte mir, entweder ist abends kühl, aber ich dachte mir eigentlich was anderes. Ich schneide die hier ab und habe zwei Stoffstreifen für Popo, für Kacke. Hey, ich habe mit Martin überlegt, was können wir denn machen, was ist regelkonform und sowas. Und hey, ganz ehrlich, zu überlegen, wenn du wirklich jetzt noch, weil wir waren ja den Abend vorher essen, wenn du wirklich irgendwann kacke musst, was machst du? So, weißt du, was ich meine? Was machst du? Und wir haben es eigentlich noch weiter ausgefeilt. Eigentlich wollten wir, aber dann habe ich gesagt, ey, und Martin hat auch gesagt, komm, irgendwie fühlt sich das wie Betrug an, dass wir diese lange Unterhose, ich glaube, man hätte es machen können, in Seife einlegt und trocknen lässt, dann hast du, es wäre natürlich durch, keiner wusste, dass wir aus Helikopters springen, wäre natürlich viel verloren gegangen durchs Schwimmen, aber dann hättest du wie eine Seifenlauge dabei gehabt. Weißt du, was ich meine? Wenn du Wasser drauf machst, kannst du dich einfach ein bisschen waschen. Aber das haben wir dann nicht gemacht. Das war uns dann irgendwie, haben wir gesagt, nee, das wäre irgendwie, fühlt sich das wie Betrug an. Für Popo. Für Kacke. Und da sind auch wieder die Trends gesetzt. Besser als ohne Schuhe jetzt hier rumdengeln. Wisst ihr, was ich meine? Let's go. Geil, oder? Also besser geht nicht, oder? Sehr nice. Also das ist ja, das ist 5 Liter, oder? Oder 3? Ja, wie viele Liter wird es sein? Ich weiß nicht genau, aber 3, 4, 5 Liter? Aber gleich filtern. Und dann steht nur noch Lagerplatz. Und dann Lagerplatz. Das wird heute die große Aufgabe, weil ich noch nichts Gescheites gesehen habe. Trinken. Und ich melde mich. Ja, echt. Aufregend. Eins will ich noch sagen, ganz kurz. Das war so ein ganz besonderes Gefühl. Zwischen Freude, ich lebe, alles ist gut, ich hab Wasser. Und verdammte Scheiße, die Zeit läuft mir davon. Ich muss ja irgendwo schlafen. Das hilft dir nichts. Irgendwas. Was soll ich machen? Ich muss ja irgendwo schlafen, versteht ihr? Und ich melde mich. Aufregende ersten Stunden. Ganz krass. Ganz krass. Und ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage noch... Was kommen noch für Gefühle? Was wird passieren? Und ich gucke meine Sachen an, da trocknet gar nichts. Ey, so, ich hab ein Problem. Ich bin jetzt mal den kompletten Beach abgelaufen. Und ich bin hier wirklich komplett abgeriegelt. Wirklich krass. Der ganze Beach. Es gibt keinen Durchgang nach hinten. Ich glaube, selbst Otto mit der Machete. Es ist alles zu. Es ist hinten alles zu. Ja, mit der Machete würde es gehen, aber ich habe keine Machete. So, hier, guck mal. Auf einmal ist ein Bach da. Also Wasserprobleme gibt es hier keine. Jetzt habe ich nur noch das Location-Problem. So, dann habe ich überlegt, gehst du hier hinten über die Felsen? Na klar. Gehst du hier über die Felsen drüber? Wunderbar. Da steht da nur ein Baum. Ja, dann leg mich doch am Arsch. Da steht da nur ein Baum. Na ja, man kriegt dann irgendwann auch so ein bisschen so ein Scheißgefühl. Weißt du, was ich meine? Puh, keine Ahnung. Weißt du, du weißt schon ungefähr, scheiße, wann ist 18 Uhr? Geht die Sonne unter? Dann steht da nur ein Baum. Ähm, äh, das ist aber schon. Und du weißt noch gar nicht, wo du hier schläfst. Und die anderen, äh, bam, Häuser gebaut, Alter schon. Ich stehe da rum als Scheiße. Hier der Beach. Ich musste mich erst mal drei Stunden wieder normal ins Leben zurückrufen, selber. Bin wieder da, verstehst du? Erst mal wieder wach werden. Und es ist egal, wo ich war. Glaubt es mir. Ich gucke hoch, über mir. Es sind ein bisschen zu viel Kokonuspalmen. Weil, du siehst, die kommen irgendwann runter. Weht der Wind, die Scheiße fällt dir auf den Kopf. Und dann bist du tot. Und dann sind die Palmen auch, hör zu, so ineinander. Dass du auch oben drüber, ist nochmal, dass du nicht mal mehr sehen kannst durch die Blätter. Vorne am Beach läufst und denkst, oh, Scheiße. Da drüben ist ja, oben drüber ist wieder eine über dem Blätterdach. Alles so zu, dass auch wenn da eine Lücke ist, von oben aber eine schräg drüber wächst, die dich auch wieder erschlägt. Ja, dann, wo bauen? Wo schlafen? Da hinten kannst du gar nicht rein. Wo willst du denn da rein? Du kannst vergessen. Oben ist der Paradiesapfel. Der Todesstern. Der Todesapfel. Wenn du davon naschst, wachst du nicht mehr auf. Und hier? Ja, ist natürlich geil. Ey, ich will mich nicht. Das ist einfach absolut geil. Hier sind überall Kokosnüsse oben. An jedem Baum hänge ich hier dazwischen. Keine Ahnung. Da kannst du den Kokosnuss entweder auf die Füße oder aufs Hörn. Was ist besser? Und allein dann so versuchen in der Hängematte, weißt du so? Scheiße. Könnte jederzeit kommen. Ist doch scheiße. Könnt ihr das nachvollziehen? Fühlt man sich nicht gut, ne? Kann mir so ein Ding einfach auf den Kopf fliegen? Kann das, wird das gehen? Wenn ich in der Mitte hänge? Ja, wahrscheinlich ja. Ich sag euch, wie es ist. Für mich ist es das jetzt. Es ist sehr wenig platt. Aber es wirkt für mich wie die einzigen beiden Bäume. Nur mit weniger Lebensgefahr. Kokosnuss, kommt die runter, bist du tot. In vielen Fällen. Ihr wisst, wie es ist. Damit muss man leben. Hier oben. Wer weiß. Für heute mal. Mit das mein Zuhause. Bauarbeiten beginnen. Mit meinem Brotmesser. Ich hab auch Timerap gemacht. Guck. Ich hab Timerap gemacht. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Boah, scheiße. Ich muss jetzt wegmachen. Ja. Scheiße. Achtung. Es ist Blut zu sehen. Es gibt nur einzelne Bilder. Kurz diese Szene versehentlich als Zeitraffer aufgezeichnet. Ich hab ja auch in dem Moment nicht gedacht, dass ich mir einfach eine Wurzel in meinen Scheißfuß rammelte. Oh Mann, ey. Wirklich scheiße. Ich hab mir einfach so eine Gottverdammte, weil ich meine nicht mit Schuhen rumlaufen zu müssen. Ist zensiert? Ist es zensiert? Okay, kann ich zeigen. Okay. Ich war noch in Zeitraffer-Modus. Mann, ich war so gut drauf. Ich kann euch kurz erklären, was passiert ist an diesen Erdteilen. Aber das war vorne, wenn ich zum Beach runtergehe, diese gefährliche Stelle. Und da gucken solche Wurzeln aus dem Boden raus. Und ich laufe in Flipflops, eh rutschig und sowas. Und so rein. In die Wurzel. Die steckt hier drinnen, die Wurzel. Ist im Boden noch verankert. Ich zieh die raus, Alter. Ich hab die Narbe jetzt noch. Das ist noch nicht mal richtig verheilt, Alter. Ich kann es euch zeigen. Also, ihr seht es hier vielleicht. Das ist einfach, das verheilt einfach ganz schlecht, Alter. Es ist jetzt langsam schon so, dass das Loch zu ist. Aber, also das Loch ist jetzt zu. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, das ist jetzt drei Monate her. Knozzi hat sich einen stockenden Fuß gerammt. Er ist unsicher, ob noch ein Stück in der Wunde ist. Ja, das, das, ähm, äh, das war, ich hab da echt, ey, ich hab dieses Stock rausgezogen und es sah immer noch schwarz aus. Aber, einfach scheiße. Ich hab mich so aufgeregt über mich. Ich hab mich so aufgeregt. Gelang, fremdgeblüben, droht eine Blutvergiftung. Auch das haben wir in dem Briefing alles gesagt gekriegt. Passiert sowas? Scheiße. Ist ja klar, dass sowas, ist ja klar. Manno, wir sind da in einem feuchttropischen Gebiet. Weißt du, was ich meine? Die Haut wird sowieso irgendwann nur noch so sein, dass du denkst, die Hautlappen kannst du so abziehen. Ist doch scheiße alles. Oh, verdammt, ey. Oh, Mann. Aber, ey, ich hab halt gerade aufgebaut. Und es lief halt im Time-Rap. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätt's, ich war keine Absicht, das so zu filmen. Kann man auch manchmal dann nicht beeinflussen. Aber, war das eine geile Folge, Chad? War das eine sicke Folge? Sagt's mir. Das war eine legendäre Folge. Habt ihr den Spaß? Findet ihr, ich bin ein, ein, ein toller Charakter. Findet ihr das? Findet ihr, ich bin ein guter, guter Charakter? Macht euch das Spaß, mir zuzugucken da? Bis zum nächsten Mal.